Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Longplay. Und zwar spielen wir heute Little Nightmares 2. Und ja, ich habe Little Nightmares 1 gespielt, wir werden heute Little Nightmares 2 spielen. Und wir gucken mal, was das Spiel so mit sich bringt und schauen direkt mal rein. Okay. Och, guck mal, was sind wir denn für ein kleiner Süßer mit dem Ding auf dem Kopf? Nice. Ich laufe immer erstmal in die andere Richtung. Einfach um zu gucken, vielleicht gibt es ja hier ein Easter Egg oder so. Oh, ich kann auch wieder so lang laufen. Ist ja... Was ist das hier für ein Karton? Kann ich den mitnehmen? Ich will den mitnehmen. Ich kann rufen? Hallo? Oh, hi. Okay, dann laufen wir jetzt erstmal Richtung... Oh Gott, wenn ich so eine Blätter sehe, habe ich ein bisschen Angst, dass da eine Falle sich verbirgt. Ich glaube, am Anfang kriegen wir jetzt erstmal so ein kleines Art... Tutorial. Was passiert, wenn wir jetzt hier runterfallen? Und was ist das hier? Okay, okay, okay. Kann ich hier hoch? Nein. Bestimmt hier hinten hochlaufen? Nein. Scheiße. Bin ich jetzt umsonst runtergefallen? Nein, ich bin nicht umsonst... Ich will... Ich will wieder hier hoch. Lass mich hier hoch. Halt dich doch fest. Okay, warum bin ich... Ich... Weil... Oh, ich komme nicht mehr hoch. Okay. Wie weit kann ich nach hinten laufen? Wie... Wie weit geht das? Okay, nicht so weit. Okay, hier kann ich mich ducken. Okay, warte. Kann ich... Kann ich hier vorne hin? Geht das? Achso, wie wäre es einfach mit hier? Okay. So, kann ich was mit der Kiste hier machen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich kann nur... Ich kann nur auf der Kiste hin und her springen. Okay. Okay. Wie kann ich... Ducken? Ducken? L-T... Ah, zum Ducken. Okay. Wir sind jetzt in einem... Weiß ich nicht. Loch. Gang. Durchgang. Und hier ist ein Schuh. Kann ich den Schuh mitnehmen? Ich kann den mitnehmen. Kann ich hier werfen? Nee, ich kann ihn nur ablegen. Achso. Okay. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, warum da dieser... dieser Beutel ist. Voller Leichen. Kann ich auch sprinten, wäre die Frage. Wahrscheinlich nicht. Ja. Also wir haben hier eine Falle. Ich will doch gar nicht... Ich wollte gerade noch sagen, da ist eine Falle. Und ich wollte die auch gar nicht auslösen. Sondern, ne? Ich wollte drüber hüpfen. Okay. Das sieht auch aus wie eine Falle. Ich laufe mal dran vorbei. Sieht aus wie so eine Falle, dass man da reinfallen könnte. So, kann ich den jetzt... Ja, ich kann den mitnehmen. Sehr gut. Wir klettern kurz hier rauf, damit wir... die Kiste hier nach vorne schieben können. Können wir bestimmt hier hochklettern. Und weiter geht's. Sehr gut. Okay. Aber, also... Ich hab doch X gehalten. Zum Rennen X halten, hab ich doch gemacht. Wollt ihr... Okay, ich brauch ein bisschen... ein bisschen... Anlaufzeit. Das war gar nicht mal so unklapp. Aber, okay. Ich... Ich nimm's mit. Nein, das war nicht richtig. Wir müssen irgendwie... Achso, warte mal. Wir müssen irgendwie da hoch. Das war wahrscheinlich hier über den Baumstumpf. Lüchikato. Dann hier rüberspringen. Uns festhalten und... Ich wollte eigentlich rüberspringen. Okay. So. Nein, nein! Ich und Steuerung. Wir sind immer gute Freunde. Gewesen. Jetzt nicht mehr. Okay. Also, nochmal hier ranhängen. Dann hier nochmal. Ja, lass... Lass ihn runter. Ach, Benni. Ja! Also, weil manchmal ist... So, jetzt hier hoch. Woll! Okay, okay, okay. Wie machen wir das? Dass wir jetzt da hinkommen? Sollte ich was mit dieser Kiste hier machen? Kann ich die Kiste hier nehmen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich konnte die Kiste nehmen, damit ich hier runterkomme. Weil ich glaube, ich muss jetzt hier hochklettern. Jawohl! Okay. Wäre ich von nach oben runtergesprungen, gehe ich mal von aus, wäre ich gestorben. Ey, Oma! Okay, können wir jetzt hier einfach runter? Kann ich eigentlich diesen Schuh? Ich würde den gerne werfen. Geht das? Hey! Ich kann den Schuh... Warte. Nein! Ich dachte mir schon, da ist irgendein Triggity-Trick. Aber gut. Haben wir zum Glück sofort erkannt. Aber sowas von sofort. Hier sind Bären fallen. Gott, wer... Warum? Kann ich... Kann ich das hier mitnehmen? Geht das? Take it! Also, als ob ich das Spiel schon mal gespielt hätte. Nein, ich hab's nicht schon mal gespielt, aber... Ich weiß ja nicht... Hm... Ich weiß ja nicht... Okay. Zum Glück haben wir das gemacht. Okay, wir sollten vielleicht so ein paar Dinger hier langwerfen. Alter, Falter... Das sind ja mal gar nicht so wenige. Ey, ich hab ein bisschen Angst, jetzt hier lang zu laufen. Das war natürlich jetzt richtig clever von mir. Wie sieht's denn hier vorne aus? Nimm doch! Okay. 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 Ist jetzt hier nichts mehr weiter? Doch, da vorne ist noch was. Ich seh's doch. Ich seh's doch! Genau da, das mein' ich. Diese Traps! Gar nicht mal so schön! Habe ich eigentlich Seven Days to Die schon verpasst oder kommt noch? Nee, das kommt noch. Melly, äh, Melly, Oma. Das, äh, kommt noch. Das, äh, wird auch noch erscheinen. Okay, hier haben wir Käfige. Jetzt ist die Frage... Warum haben wir hier Kä... Käfige. Und warum war jetzt gerade kurz diese... Melodie so, wie sie war? Oh no, 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 no. Müssen wir jetzt hier hin? Oh, wir müssen hier rein. Wir müssen... Ins Haus. Oh, ich hab da gar nicht so gute Erfahrung mit. Aber... Wir nehmen die Wurst mit. Und schmeißen diese. Okay, 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 okay. Gibt's hier unten noch irgendwas? Okay, hier hinten geht's noch weiter. Da hinten würde es auch weitergehen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Und hier vorne gibt's wahrscheinlich auch noch nichts. Doch. Oh, da geht's nochmal zurück. Was können wir dann von hier vorne mitnehmen? Setze gesammelte Hüte im Pausenmenü auf. Ich kann Hüte sammeln? Ich kann meine Optik verändern. Nice. Da sehe ich mich. So, was haben wir hier... Also, ich weiß nicht, ich fühle mich immer nicht so wohl, wenn ich hier solche Hackebeile sehe. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Nein. Kann ich nicht. Warte, warte, warte. Bevor wir jetzt hier weiter nach links gehen, gehen wir erstmal kurz zurück. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Also, hier. Wo ist es? Ich kann da nichts gegenwerfen. Kann ich irgendwas... Habe ich irgendwas, was härter ist? Nimm dieses Hackebeil. Er nimmt's nicht. Okay, wir brauchen irgendwas, womit wir... Warte mal, kann ich die Tür einfach so ziehen? Geht das nicht? Kann ich da nicht so ein Brett greifen und gegendrücken? Nein. Nimm doch! Greif doch! Nimm doch irgendeinen... Okay, nimm nichts. Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Also, wie wär's mit dieser Axt, die wir hier gefunden haben? Also, wär's... Mal gucken, ob wir damit die Tür durchkriegen. Ich geh mal von aus, ja. Jetzt nur, ob das er sagt, Here is Johnny. Hallo, mein Freund. Ich möchte dir nur helfen. Trau dich ruhig raus. Ja, come. Come out. Come, 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 come. Hallo. Oh Gott, er rennt weg. Er rennt doch nicht weg. Warum rennt er denn weg? Er hat Angst vor uns. Hier oben noch irgendwas Schönes. Guck mal, ich bring dir deine... Er rennt nach oben. Deine... Deine Kanne mit. Rennt doch jetzt nicht nach oben. Bleib doch hier. Wir können doch zusammen spielen. Hey, 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 hey. Hey, renn. Nicht wegrennen. Ach, du hast die Tür aufgekriegt. Ich alleine... Ich alleine... Okay. Ja, ihr seid einfach am Essen, ne? Alles gut für mich. Oh Gott, seht ihr... Nicht so gut aus. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin freundlich. Also, ich hab zwar eine Tüte auf dem Kopf, aber... Er hat nix zu sagen. Sind wir jetzt Freunde? Jawoll. Und jetzt häng ich an meine Füße. Genau. Irgendwer ist wach geworden. Hast du denn schnell hier hochklettert? Kommst du mit? Er kommt mit. Wir haben neuen Freunden gemacht. Yeah, wir haben Freunde. Wir haben einen Kumpel gefunden. Nee, warte. Warte, warte. Wir müssen den Koffer schieben. Komm. Lass uns den Koffer rüber. Tüttüttl. So. Da oben ist ein Schlüssel. Den brauchen wir wahrscheinlich für unten das Schloss. Wir haben hier oben noch eine Kurbel. Also zumindest hier so eine Art Kurbel. Aber uns fehlt halt die Kurbel. Ach so. Yeah, wir machen ja hier Teamwork-Action. Das heißt, kann ich dich jetzt hier hoch... Steff. Komm hoch. Hey. Ja, komm nicht hoch. Gut, das heißt, wir gehen runter. Ist das jetzt eine Puppe oder ist das jetzt eher... ...ein schlafender Mensch? Okay, es ist zum Glück wirklich nur eine Puppe. Ich dachte, wir reißen jetzt ja den Arm aus oder irgendwas. Aber zum Glück... Oh, nicht. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Hier hinten ist nix. Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt nur die Kurbel mit. Gut. Ich will nicht den Arm. Ich will die Kurbel! Gib sie doch. Jawoll. So. Das heißt, Kurbel bringen wir mit. Schmeißen die Scheiße jetzt hier runter. Sehr gut. Und dann kommen wir, glaube ich, damit zumindest an den Schlüssel. Kommen wir nicht. Äh, okay, das heißt, ich muss hier hochklettern? Und muss jetzt hier rüberspringen? Nein! Bleib doch! Oder so. Ich wollte gerade sagen, bleib doch einfach da. So, das heißt, wir können auch jetzt bestimmen... Oh, guck mal. Guck mal! Ich bin ja gar nicht mal so schlecht in den Spielen hier. Ich wollte gerade sagen, sagt er ja und springt einfach da runter und stirbt dabei. So, kommt unser Freund. Jawoll! Komm mit! Mein neuer, bester Freund. Also, ich weiß jetzt nicht... Achso, nee, warte mal. Das ist nicht... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, das da ist ja das Scheißhaus. Ich wollte jetzt sagen, nicht, dass wir jetzt hier in so ein Scheißhaus gehen. Yeah. Also, wir müssen da oben ins Loch. Da oben, aber auf dem Weg dahin, ist eine Bärenfalle. Bärenfalle. Äh... Ja, und... Und ja. Kann ich jetzt hier... Nee, ne? Wie das? Mit Anlauf? Hier rüber springen? Okay, es hat funktioniert. Oh, hier liegen sehr viele Fälle. Oh, hier liegen. Okay. Das war nicht sehr clever. Äh, gut. Also müssen wir uns hier so lang schleichen. Also er wird, glaube ich, aufmerksam wegen unseren Getapse. Gar nicht mal wegen dem Licht. Sondern wegen anderen Sachen. Okay, wir sind aber so... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Und? Macht nicht. Er hat mich erwischt. Okay, er hat auch eine Schrumpflinte in der Hand. Okay, vielleicht sollte ich mich doch wirklich so wie der andere hinter den Sachen verstecken. Okay. Wir sind weg. Kannst du lange suchen. Ist, ist keiner da. Die anderen gehen auch gleich. Nein, nein, nein. Du kommst. Nein, nein. 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 Kann ich mich im hohen Gras verstecken? Okay, wir müssen uns im hohen Gras verstecken, aber wir dürfen wahrscheinlich die Vögel nicht aufscheuchen. Okay, so viel dazu. Ich bin noch extra jetzt hier... Warte mal, kann ich noch weiter hier vorne hin gehen? Wir sind nicht da. Er achtet anscheinend auf die Bewegung von den Grashalmen. Wirklich was sehen tut er ja nicht. Okay, okay. Wir müssen in das Loch. Da rennen wir jetzt rein. Hey, der ist da nicht seine Waffe rein, oder? Doch, hält er. Okay. Wir gehen weiter. Hey, jetzt haben wir den hoffentlich aber hinter uns, ne? Also der ist jetzt nicht mehr hinter uns her. Also der Jäger... Also ich würde jetzt sagen, er ist ein Jäger, weil er hat Tiere auseinandergenommen und gehäutet. Machen ja nur Jäger, glaube ich, ne? Okay, wir rennen durch. Warte mal. Können wir überhaupt durchrennen? Oh no. Was machen wir denn jetzt? Er ist jetzt zwar schön, dass wir ihn da hingelassen haben, aber was ist jetzt mit uns? Okay. Okay. Chirolimo, fang mich! Okay, sehr nice. Oh. Okay. Also, ne, ist gar nicht mal so schlecht. Wir können hier hochklettern. Warum können wir hier hochklettern? Und was ist da im Käfig? Wenn ich das hier im Käfig irgendwie... Nein! Ich geh jetzt da wieder hochklettern. Ich wollte nicht runterspringen. Ich wollte nicht runterspringen. Kann ich ihm jetzt eigentlich sagen, dass er mit hier hochkommen soll? Nee, ne? Kann ich? Ich würde ihn gerne befreien. Also irgendwie muss ich ihn noch aus dem Käfig rauskriegen, oder nicht? Okay, wir beschäftigen uns jetzt vielleicht doch nochmal mit dem Käfig. Aber wie krieg ich ihn da raus? Hier vorne hab ich das Tor. Hier. Leider nicht dran. Ich kann aber nicht irgendwie... Nee, kann ich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ich weiß nicht, wie ich dich rauskriege. Sorry dafür. Ich muss dich leider dann doch da lassen. Hm, da ist wieder der gute Jäger. Ja, nun kletter doch da hoch. Hm? 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 Okay, okay. Okay, okay. Wir sind... Nein, ich hab nicht... Du hast mich. Du hast mich. Zieh mich hoch. Lass mich doch... Warum bin ich für den Jäger eigentlich so interessant? Ich bin doch nur so eine kleine... irgendwas-Figur. Ist doch jetzt gar nicht so, dass ich... Ich bin doch kein Tier. Wir sind weg Du kannst uns nicht sehen Wir sind hier nicht mehr da, hallo Wer läuft jetzt da wieder lang Warum läufst du denn da lang Wir sind doch so klein und so unscheinbar Das macht doch alles keinen Sinn Oh Gott, ich kann tauchen Oh Gott, ich kann aber dabei sterben Okay, okay, okay Wir könnten oben lang gehen Wir werden aber nicht oben lang gehen Wir gehen hier unten lang Tauchen einmal ganz kurz Und jetzt versuchen wir Von Baumstumpf zu Baumstumpf Uns zu bewegen Hat ja semi gut geklappt, würde ich sagen Okay, vielleicht sollten wir dann tauchen Von Baumstumpf zu Baumstumpf Macht das mehr Sinn? Ja und nein Also wir müssen wahrscheinlich tauchen Wenn er sein Dämmchen hier hinpackt Hast du dir so gedacht, mein Freund? Hast du dir so gedacht? Na? Vielen Dank Ich frage mich immer noch Warum hat er so ein Interesse an uns Wir sind doch eigentlich so klein Und so unwichtig für ihn Mach doch gar kein Sinn Ich bin irgendwo hängen geblieben. Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin extrem langsam geworden. Und ich weiß halt nicht warum. Was? Warum? So, wenn ich jetzt hier dran vorbeischleiche. Okay. Und jetzt ab in die Tür. Ab da rein. Ich bin drin. Lass uns die Tür zumachen. Lass uns doch mal selber schießen. Ich sag mal so, jetzt ist Ruhe. Richtig schöne Ruhe. Naja. Es hätte ja auch anders ausgehen können. Hätte er uns mal in Ruhe gelassen. Das ist jetzt die Frage. Achso, ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, sollen wir schwimmen oder sollen wir jetzt auf diesem... Oh, wir machen... Wir machen einen auf Titanic. Every night in my dreams I see you. Okay. Mehr singe ich nicht. Aber wir schippern jetzt hier lang. Finde ich schön. Okay. Was passiert ist aber hier? Okay. Wir schippern einfach irgendwo ins Nirgendwo. Falls es so schön ist. Wir können auch nicht lenken. Wir genießen einfach... Wir genießen die Fahrt. Da haben wir noch ein bisschen Flaschenpost. Hätte man ja vielleicht auch mal mitnehmen können. Vielleicht stehen ja da schöne Infos drin. Jetzt fehlt eine Kerze. Romantische Seefahrt. Ich meine, für Entertainment ist ja jetzt auch schon gesorgt. Fernseher schwimmen hier auch rum. Einfach mal einschalten. Am besten gucken wir eine Folge von Benny und Steve auf YouTube. Titanic-Song. Nee, Titanic... Das kriege ich nicht hin. Habe ich angestimmt. Ist nicht... Ich bin nicht der Sänger. Aber es würde passen mit der Tür. Aber wo schippern wir denn jetzt hin? Okay, der Nebel lichtet sich und es sind ganz komische Gebäude zu sehen. Finde ich gar nicht mal so toll. Jetzt sag ich mir bloß, dass die Gebäude auch noch umkippen. Das eine Ding hat sich doch gerade da oben bewegt. Ach, wir sind in Rom, schreibt Oma. Ja, ist doch schön. Dann sind wir in Rom. Alles ist der schiefe Turm von Pisa. Einfach alles. Okay. Oh, du kommst doch... Kommst du nicht mit? Komm doch mit! Wollte ich gerade sagen. Lass mich doch nicht alleine hier. Oh, hier vorne ist noch jemand. Guck mal. Wollen wir mal gucken, ob wir den mitnehmen können? Als Kompagnon. Oder auch nicht. Kein Kompagnon. Kein Kompagnon. Na gut. Dann gehen wir weiter ins Häuschen. Also hier hat jemand seine Wäsche aufgehangen. In einem kaputten Fernseher. Okay. Kann man machen. Muss man nicht machen. Oh, Schneiderei. Äh, oder... Was ist das? Ne, ist... Was... Ist... Ist... Okay, doch keine Schneiderei? Ist... Eher... Ne... Ne Bar? Kneipe? Oder... Ja, ja, Kneipe. Kneipe. Was haben wir denn hier? Nicht an den Seilen hoch... Nein. Ich dachte, man könnte irgendwo hochklettern. Also an den Seilen. Okay, hier bräuchte ich deine Hilfe. Geht das? Jawohl. Nicer. Ah. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, wir müssen auf den Fernseher. Uns daran hängen. Äh, ich bin gleich da. Ich habe zwar noch keine Idee, was ich machen soll. Achso. Den Fernseher hier runterschießen. Okay. Wir holen Anlauf. Ja, ja, ja. Ich bin gleich da. Ich... Ein, ein, ein... Uhuhuhuhu. Ja. So. Kann ich doch bestimmt von hier... Ja. Den hier runterkippen. Und jetzt bist du... Warte mal. Jetzt bist du aber noch eine Etage über mir. Wie komme ich denn jetzt zu dir? Ach, wahrscheinlich hier drüber. Ah, ja, 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 ja. Dann wartest du auf der Treppe und fängst mich. Dann fang mich. Sehr gut. Okay. Blup. Also noch geht's ja auch vom... ...vom Rätselfaktor. Merkt noch. Ich will... Kann ich... ...dran vorbeilaufen? Und... ...warum kommt mein Kumpel nicht mit? Oder muss ich den Fernseher ausmachen? Ich muss den Fernseher wahrscheinlich ausmachen, ne? Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie. Bin ich jetzt im Fernseher? Äh... 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 Lass mich wieder raus! Okay, wir sind wieder draußen. Okay, warum können wir das? Also wir können an jedem Actionfilm daran teilnehmen. Sehr gut. Wer wollte das nicht schon erwarten? So, ich muss den... Ich muss den wahrscheinlich hier wegschieben. Schieb! Schieb, schieb! So. Jetzt können wir hier dran vorbei. Bestimmt hier durch. Ja. Äh... Gehen wir jetzt in die Schule? Ist jetzt hier Schulzeit? Guck mal, hier ist schon jemand... Versucht... Hier hat schon jemand... Hier ist schon jemand geflüchtet. Okay, warte mal. Vielleicht sollten wir doch nochmal runter... Runter... Wollen wir Fußball spielen? Also hast du Bock drauf? Das ist jetzt nur die Frage, wie kann ich... Wie kann ich schießen? Und wir machen ein Tor! Aufgepasst! Doch nicht! Doch ist er auf der Linie! Äh... Oh Gott! Ich spiele ja wie... Okay, Tor! Na gut! Dann lass uns... Lass uns doch hier hochklittern. Warum? Okay, jetzt... Ich muss grad sagen, warum geht der hier jetzt nicht hoch? Das Spiel ist so niedlich gruselig. Das stimmt. Okay, hat jemand einen Brand gelegt? Will ich das nehmen? Kann ich das umschmeißen? Nein! Warum qualmt es aus dem Müll? Dann können wir hier langlaufen. Können wir... Was finden wir denn hier alles? Warum hat der jetzt ein Glas dabei? Okay. Wir gucken erstmal... Schmeißen die Puppe erstmal hier runter. Oh, das ist so clever. Okay. Also ich weiß noch nicht, warum er jetzt ne Dose dabei hat. Unser Buddy. Okay. Hm. Na gut, wir nehmen mal vorsichtshalber auch eine mit. Weil... Vielleicht brauchen wir ja zwei. Können wir hier durch? Geht das? Nein. Bisschen wir hier ne Dose hinpacken? Kann ich auf die Dose springen? Ohne, dass sie umfällt. Nein. Ich muss doch hier irgendwas mit dem Schild machen. Oder muss ich die Dose dagegen werfen? Warte mal. Geht das? Okay. Hä? Was soll ich sagen? Spring doch da hoch. Oh Gott, hier wurde auch jemand festgehalten. Das ist ja wie... Wie... Wie dein Kerker. Du hast auch überall hier so Dinger reingemalert. Okay. Wie... Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Geht hier vielleicht hier so? Schuhe rausschmeißen? Ah. Das Ding hier mit Gewicht vollbappeln. Kann ich dich nehmen? Ich will den... Nimm doch... Nimm doch den Stuhl. Schieb ihn doch da rüber. Kann ich nicht. Ich kann nur draufhüpfen. Kann ich hier draufhüpfen? Na komm. Okay. Geht doch. Okay, okay. Also ich weiß auch nicht, ob wir uns jetzt hier drin leise bewegen müssen oder nicht. Weil erstmal sieht es für mich aus wie... Wie eine Schule. Oder... Kindergarten. Oder... Ich weiß auch nicht so genau. Aber sowas in der Art, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß auch nicht, ob wir uns jetzt hier drin leise bewegen müssen, ob wir uns jetzt hier drin leise bewegen müssen. Aber sie ist erstmal weg. Nicht gut. Nicht gut. Nicht sehr, sehr gut. So, ne Kevin allein... Zuhause... Trap. Ach, rennt schon wieder jemand weg? Ihr müsst nicht wegrennen. Ihr könnt auch hier bleiben. Bleib doch hier. Warte mal. Die Tür ist hier offen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geht. Du kleiner... Wimmelbildspieler. Ich kann den... Nimm doch den Eimer. Nimm, nimm, nimm doch. Und... Ey, nimm den Eimer nicht. Ich wollte den Eimer nehmen, damit ich den da vorne hinpacken kann. Dann kann ich doch bestimmt... Das war knapp. Es ist aber auch ganz schön böse gemacht, muss ich sagen, ne? Also... Dass hier die Trap nicht dieser Balken ist, sondern dieser. Ich hab mich da extra kettet. Vor allem, ich muss den hier auch machen. Ansonsten komm ich da nicht hoch. So. Den, 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 den. Ich verfolge euch. Okay, was seid ihr denn für... Viecher? Die haben einen Kumpel mitgenommen. So nicht, Freunde. So nicht. Also... Okay. Okay. Ich komm hier nicht raus. Ähm... Wie komm ich jetzt zu euch? Muss ich einfach weiterlaufen? Kann ich hier diesen Hammer mitnehmen? Okay. Okay. So. Dann kommt mal her, Freunde. Ich hab was für euch. Und ihr für mich. Okay. Es war nicht so schön. Das werden Kopfschmerzen. Oh ja. Okay. So, hier machen wir das mal anders. Hier gehen wir einfach mal hier... Lassen wir jetzt mal hier eine kurze Runde auspendeln. Dann nehmen wir den Hammer wieder mit. Weil den Hammer, den, den nehm ich mit. Der ist... This is, äh... My journey with the Hammer. Aber ich muss ihn jetzt hier lassen. Das ist doch nicht gut. Das ist nicht gut. Das wollen wir eigentlich nicht. Aber wir müssen. Ah, vielleicht kriegen wir ja auch einen neuen Hammer. Hier ist ein Schlüssel, den wir finden müssen. Aha, aha, aha. Hier geht's noch rein. Was kann ich hier drinnen machen? Was ist hier... Was ist... Was ist hier Phase? Okay, ich kann hier nicht hoch. Schade. What the fuck? Wenn die Lehrerin ihren Angriff da symbolisiert, dann bin ich Geschichte oder was? Okay, wir machen Tisch bei Tisch. Also sie sieht uns jetzt nicht. Dreh dich wieder um. Schreib was Schönes an die Tafel. Okay, vielleicht hätten wir noch zwei Tische nehmen können. Ich weiß es nicht. Ich wette, wenn ich jetzt zwei Tische nehmen würde, bin ich im Arsch. Wir probieren's. Wir probieren's noch nicht. Ich trau, ich trau ihr nicht. 0,0. Dreh dich wieder um. Komm. Let's do it. Ich geh von aus, ich muss auch wahrscheinlich irgendwie wieder zurück hier. Ja, ich... Ja klar, ich muss ja zurück, weil ich muss ja den... den Schlüssel... Upsi. Äh... War das jetzt nicht richtig? Ist keiner da? Ist keiner da? Ei, ei, ei. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah Gott. Wer hat denn auch so... Also... Ich weiß ja nicht. Wir haben den Schlüssel. Hey, 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 hey. Hey. Was macht sie? Meine Güte! Geh doch weg! Lass doch die armen Puppen ihre Hausaufgaben machen! Wie sie guckt! Also, die ist ja creepy! Ruhig dich! Fräulein! Okay. Ich bin weg! Ich bin sowas von weg! Oh Mann! Die war aber gar nicht nett! Also, so... So gar nicht, gar nicht! Aber cool! So, ich will aber immer noch meinen Kumpel treffen... F-f-f-f-finden! Treffen, sag ich schon! Eher finden, anstelle von treffen! Wo haben die den jetzt hingebracht? Also, eine Etage höher, ja okay, aber... Solltest du nicht eventuell an die Tafel schreiben? Anstelle auf dem Boden? He-he! Äh, was kann ich denn jetzt hier nehmen? So, du kannst anscheinend nicht weiter als da! Find ich gut! Ach, da ist ein Rohr! Okay, warte! Kann ich dich... Hierher locken? Kann ich! Einfach! Einfach ins Gesicht! Ach, auf! Hallo! Komm ich echt durch? Ach, eins! Ach, so! Du hast ihn befreit! Ja, von seiner Strafe, dass er irgendwelche Sachen an die Tafel schreiben muss! Dafür bin ich bekannt! Was ist? Warum gibt's sie? Überhaupt! Was ist sie ein KREEPY? Was ist sie ein KREEPY? Also, ob sie durch den Karton ja durchbeißen kann. Weiß ich ja nicht. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wie sieht aus? Also, wirklich, sie sieht, also, es ist so, so unangenehm. Und ich bin so dämlich und spring einfach neben das Tuch. Tada! So ungefähr. Also, eigentlich ist ja nicht schwer, ne? Wir müssen halt einfach nur... Fujikato, wir warten, bis ne Giraffe durch ist. Nehmen wir jetzt hier einfach das Getränk mit. Weil wir was schön fanden. Schmeiß' uns kurz hier hin. Vorsichtshalber gehen wir jetzt erstmal hier rein, weil sie kommt ja jetzt gleich wieder mit ihrem Köpfchen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Okay. Okay, sie kommt nicht nochmal hoch. Warum ist sie denn vorhin nochmal hochgekommen? Und vor allen Dingen, warum... Warum ist hier ein Aschenbecher? Kann ich hier nehmen? Wer packt denn hier mit den Aschenbecher hin? Ganz schnell weg, bevor hier die Giraffe wieder um die Ecke kommt. Weil du nicht runterfallen hast lassen. Stimmt. Jetzt sagt mir nicht, dass sie hier jetzt auch noch um die Ecke... Äh, nee. Warum kommt... Sie verfolgt mich in der Bibliothek. Ich... Ich möchte das nicht. Okay. Ich guck mal. Ich muss bestimmt hier runter. Weil hier kann sie ja erstmal nicht hin, ne? So... Erstmal. So, und ich geh von aus, ich muss... Ich hier... Nach ganz links schieben. Warte mal. Was ist da oben? Ist da oben irgendwas? Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ganz kurz. Das sieht interessant aus, was da ist. Oh lol. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hüte. Jawoll. Also. Ist kalt draußen. Wir müssen uns einen warmen Hut aufsetzen. Besser als so eine Papiertüte. Bin ich gut. Kommt die jetzt? Nee, ne? Die kommt jetzt nicht. Oder kommt sie doch? Okay. Vielleicht sollten wir ein bisschen... Ein bisschen vor uns... Fuck. Juuu. Hä, ich bin doch durch gewesen. Hä, wie hat sie mich denn... Hä? Ich war doch... Ich war doch fertig. Ich war... Ich war doch durch. Ich... Okay, da hat sie mich jetzt wirklich mal erwischt. Aber ich war doch... Bei dem anderen... Also... Hä? Okay. Du scheinst lecker zu sein. Ja. Also wir sind auf jeden Fall... Knusperflöckchen. Aber ich verstehe halt nicht. Was? Was mach ich halt hier anders? Da ist doch ne Lücke. Oder nicht? Okay. Ducken war die Problematik. Und manchmal komme ich einfach mit der Tastenbelegung. Einfach nicht zurecht, ne? Also... Sind wir mal ehrlich. Ist halt manchmal nicht so optimal. Okay. Hier kann ich nicht hin. Wie weit kannst du denn gucken mit deinem... Giraffenhals? Was ist denn los jetzt hier auf einem... Also ich habe jetzt gedacht... Wir gehen jetzt hier hin... Und springen hier rüber. Ich habe gedacht... Wir springen jetzt hier hin. Blettern hoch. Gehen an der Seite vorbei. Weil es so schön ist. Und springen hier rüber. Jetzt warten wir... Bis Mutti hier fertig ist. Mit gucken. Gehen hier wieder rüber. Warten bis Mutti hier fertig ist mit gucken. Ja, kann ich nicht. Okay. Jetzt zieht sie sich ja zurück in die Dame. Ist die Frage. Muss ich vielleicht einfach... Ich muss wahrscheinlich hier so... so hin, ne? Okay. Sie scheint weg zu sein. Und... Das ist die Frage... Muss ich jetzt hinterher laufen durch die Tür? Oder... Kletter ich jetzt irgendwo lang? Ich will nicht durch die Tür. Ich kann nicht durch die Tür. Kann ich wirklich nicht? Okay, ich kann wirklich nicht. Okay, 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 okay. Das heißt, wir können hier wieder zurück. Könnten wir, aber wir... Die Kamera kommt nicht mit. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hin. Eigentlich müssen wir hier irgendwo lang klettern. Oder auch nicht. Haben wir hier unten noch irgendwie was, wo wir... Wo wir hin können. Wo wir hin können. Also quasi... Ist hinter dem Bücherregal beispielsweise noch, wo wir uns klein machen können. Um denn da hinzukommen, wo wir hin wollen. Ah, warte mal. Ich sehe, da oben... Ist ein Lüftungsschacht. Das heißt, kann ich diese Bücher mitnehmen? Geht das? Nein. Ich kann mich aber auf die... Bücher hochsch... schieben? Nein. Nein. Ich will... Aber was bringt mir das, wenn ich jetzt hier ganz oben bin? Bringt mir ja auch nichts. Kann ich dieses... Diese Bücherkiste mitnehmen? Geht das? Ja. Okay. Also, plant ist es. Wir nehmen jetzt diese schöne Kiste und packen die vor die Tür an die Klinke. In der Hoffnung, dass wir dann hier raufhüpfen können. In die Klinke hüpfen. Und reinkommen. Okay. Haben wir geschafft. Was sind wir jetzt? Sind wir jetzt in so einem Vorraum? Im... Im... Da, wo sich alle Schüler und Schülerinnen... Oh Gott. Schlüssel! Wieder einfinden. Also, so ein... Wie nennt sich das? Foyer? Und sind wir hier alleine? Das ist die große Frage. Hier haben wir hier Schachfiguren. Hallo? Das war gar nicht mal so schlecht. Warum wird die Musik jetzt auf einmal so... Dramatic? Aha. Muss ich das jetzt nachbauen? Also, König gegen König gegen... Läufer gegen... Was ist das? Rechts? Turm. Stimmt. Könnte ein Turm sein. Das heißt, hier unten ist... Weiß... König. Links ist Läufer. Also, hier links ist... Läufer. Hier komme ich nicht hoch. Das heißt, hier muss ich irgendwas haben, wo ich mich hochbauen kann. Ähm... Was kann ich denn mitnehmen? Kann ich dich... Stuhl... Geht das? Kann ich dich... Hocker? Stuhl? Irgendwas? Nein. Ähm... Was ist mit dem Schnee? Meinst du, dass ich denn draußen nochmal das... Den Turm mitnehmen soll? Den hier? Ach, aufgepasst. Warte mal. Ich muss wahrscheinlich... Warte, 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 warte. Den hier nochmal rausnehmen. Den Turm hier raufsetzen. Dann kann ich hier hochhüpfen. Kann ich das mitnehmen? Kann... König gegen König. Turm gegen... Hallo? Gegen... Da hin. Und Läufer geht... Hier hin. Was habe ich jetzt aufgemacht? Was ist passiert? Nein, 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 nein. Hast du... Nimm das. Was für ne Mechanik! Aber okay. Nimm ich mit? Äh... Nimm ich mit. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Okay, damit könnten wir jetzt unten wieder die Tür aufmachen. Und äh... Dann... geht's weiter. Ich würde aber trotzdem nochmal interessieren, was ist denn auf der linken Seite? Hier muss ja auch noch irgendwas sein. Nein. Hier ist... Gott, was ist das hier? Nein! Ey, wirklich... Mein Movement ist ja heute... richtig gut. Gut. So. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir... die Sachen einkassieren. Das war jetzt beabsichtigt, weil ich wollte wissen, was jetzt dann passiert. Aber... Mal gucken. Okay, passieren tut erstmal nix. Nice. Okay, wo geht's denn jetzt hier hin? Krankenstation? Cafeteria? Cafeteria? Jawoll. Essen. Apropos Essen. Ich muss heute auch noch was... Scheiße, ich muss noch was zu essen machen. Den ganzen Tag noch nix gegessen. Leckere Küche. Hm. Da hat sich jemand... leicht überfuttert. Würde ich sagen. Ich weiß wie gesagt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, wenn wir jetzt hier die... schwarzen... Dinger da immer mitnehmen. So, was können wir jetzt hier machen? Also, wir konnten jetzt... können diese Wurst mitnehmen. Okay. Sehen tue ich aber leider nicht viel. Daher weiß ich nicht, was ich jetzt hier zu machen habe. Gut, gehen wir nochmal kurz draußen gucken. Vielleicht haben wir ja draußen nochmal einen weiteren Hinweis. Achso. Ja. Ich sehe, ich sehe. Nein. Wir müssen nach ganz links, weil hier vorne haben wir einen Eingang. So, ein Durchgang. Jetzt können wir hier hochklettern. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter, weil ich habe ein bisschen Angst vor Klonen im Geschirr. Oh. Hast du ein Schwein, dass ich dich nie erwischt habe? Okay. Okay. Es sind insgesamt... drei... Figuren. Oh, doch vier. Schade. Ich dachte, ich muss da nochmal separat gegenhauen. Schade. Ich dachte, ich muss da nochmal separat gegenhauen. Muss ich mir hier so einen Kopf anziehen. Ich muss so tun, als ob ich einer von denen bin. Wir sind Hitman. Mega nice. Ja, ja. Ich gehöre zu euch. Ich bin einer von euch. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Ich bin einer von uns. Einer von uns. Und jetzt. Ey, hier nicht rumschubsen. Ich habe Joghurt im Rucksack. Freunde, nicht so jetzt. Oh Gott. Okay. Aber wir haben es geschafft. Ich bin... gar nicht mal so... Also es ist schon cool. War das jetzt so clever? Ich dachte, wir müssen den Knopf da drücken. Okay, kann ich noch ein anderes Glas nehmen? Wahrscheinlich nicht. Oder muss ich einfach nur dagegen drücken? Geht das? Nein. So, safe. Muss ich doch hier irgendwas... Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das auch so wollte. Aber gut. Vielleicht ist es auch gar nicht der richtige Weg. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Weil wir sind ja hier, glaube ich, jetzt auf einem guten... Guten Weh... Weg. Ja, sehr gut. Das hat das Glas überlebt. Nee, ist klar. Ich gehe von außen, wir müssen dieses Glas hier runterschmeißen. Weil wir das gehören wollen. Ja, ich sage jetzt mal nichts dazu, Freunde. Das ist schon spät abends. Der gute Benni hat heute noch nicht so lange geschlafen. Ist ein bisschen groggy. Movement ist nicht vorhanden. Es ist also wirklich fürchterlich. Das kann man ja gar keinem hier antun. Also... Das ist ja wilde Geschichte. So, jetzt wollen wir hier wieder ein bisschen schwungeln. Und jump it. Schmeiß es. Schmeiß es doch runter. Sehr gut. Es gibt sogar einen Aufzug, der mich einfach nur runterlässt. Ohne, dass ich hier irgendwie Henke-Main-Tänke machen muss. Oh Gott, so ein Wabbel. Okay, jetzt ist sie wieder hier. Die Giraffen-Lady. Was hat die jetzt in den Korb getan? Frösche? Okay. Okay, okay. Ja, du, deine Frösche sind noch da? Ja, du kannst sie skalpieren, sezieren, was auch immer du vorhast. Möchte ich dir jetzt folgen eigentlich? Warte, ich warte, bis du wieder kommst. Ich geh von raus, ich soll dir folgen. Okay, okay. Also wir probieren das jetzt wirklich, 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 wirklich sneaky as possible. Aber das funktioniert schon mal nicht, weil wir müssen da oben, wir müssen auf, oh Gott, wir müssen auf den Tisch. Oh no, 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 no. Oder müssen wir? Ja, wir müssen. Das ist nur die Frage, wie komme ich auf den Tisch? Hm. Ich habe eine böse Vermutung, ich muss wahrscheinlich hier hoch, ne? Okay, ich kann doch bestimmt aber auch hier hochklettern, oder? Geht das nicht, geht das nicht auch? Geht das nicht auch? Ja, das ist sondern. Ach, ach. Ach, ach geht das nicht. Ach, 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 ach. Was? Warum? Sie hat mich doch gar nicht... Wie? Es war so gut! Und ich fang wieder hier. Ich fang wieder hier an. Bleib du mit deinem Kopf da, wo du nicht hinkommst. Geh weg! Okay, sie geht wieder zurück. Ich bin gesprintet. Warum bin ich denn gesprintet? Liegt am Wetter, bin heute auch völlig durch. Wird Zeit, dass Pooling kommt. So sieht's aus. Okay, wir können hier hochklettern. Äh, wir waren nochmal ducken. So. Wir müssen sneaky sein. Sneaky! Ja, geh du mal da drüben noch hin. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Diese... Giraffen, Alter. Gar kein Problem. Gar kein Problem für uns. Okay, also das funktioniert nicht. Wie kann ich denn an ihr vorbei? Ich dachte, ich muss ganz schnell hochklettern, damit ich durch den Ausgang raus... Boah, nein! Cool, ist okay. Wir machen's anders. Aber ich kann doch gar nicht so sneaky da langdüddeln, ohne dass die mich sieht, oder? Geht das? Also ich könnte eine Kleinigkeit machen. Ich könnte sie ablenken, indem ich dieses Glas hier umwerfe. Aber ich weiß nicht, ob ich mir dadurch mein Sichtfenster wegnehme. Ich hab ja so ein bisschen Schiss. Oh Gott. Aber sowas von... Ich bin auch total schlapp. Vielleicht warten, bis sie wieder weiter weg ist. Ja, ja. Ich muss jetzt hier rüber springen. Hey, hey, hey. Erschreckt mich doch nicht so. Wo ist es? Wer war's? Wer ist es? Der Dolo. Dolo? Moinsen. Moin und danke für den Follow. Oh, du hast mich ganz schön erschreckt damit. Aber herzlich willkommen hier bei uns. Auf unserem Kanal. So, was macht die denn jetzt? Geh doch mal... Also, ich hab ein bisschen Angst, jetzt da rüber zu springen, weil... Die ist... Kann ich die... Geh doch... Geh doch woanders hin. Geh doch wieder an die Tafel oder so. Irgendwo, wo ich... Wo du mich nicht siehst. Es hat geklappt. Es geht's nie. Wehe, sie kommt jetzt hier rein. Dann krieg ich aber einen Anfall, ey. Lauf doch hoch. Nicht rund. Nicht nach links oder rechts. Nach oben. Immer nach oben. Boah, wir sind weg. Zum Glück. Wir haben's geschafft. Sorry, dass ich dich erschreckt habe. Ey, das ist ja alles gut. Das gehört dazu. Ah, jetzt sind wir hier wieder bei den Puppen. I don't like... Ich mag diese Holzpuppen nicht. Und ich mag diese... Kevin allein zu Hause fallen nicht. Ich... Warum? Warte mal, ich lass sie mal... Ich lass sie mal hier. Nein, falsche Seite. Okay, okay, okay. Oh, da kommt der Nächste. Hat hier noch jemanden fragen? Möchtet ihr vielleicht noch jemanden was mit dem Hammer? Nein, ja, vielleicht... Nimm ihn doch mit. Nein, lass ihn doch nicht liegen, sondern nimm ihn mit. Ich wollte gerade sagen. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ich mag ja so eine Gänge gar nicht. Da kommt nämlich schon die Nächste. Auf Wiedersehen. Jetzt komm du mal her, hier. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab die Distance nicht hinbekommen. Aber... Ist ein fairer Save-Point. Muss ich ja sagen. Ist... Ist ja... Cool. Ist ja... Save. Halt, das war auch sehr knapp wieder. Aber gut. Warte, wir Zeit machen. Warte. Der war dran vorbei. Ich! Er sollte doch ausholen. Aber er braucht halt ein bisschen länger, weil der scheiß Hammer ist für ihn so schwer. Also nochmal. Auf geht's. So, jetzt komm du mal her. Ja, ja. Sehr gut. Ich taue gerade in den Stream mit meinen beiden kleinen Katzen. Illi und Oni. Die beiden sind echt aufgesprungen. Ist geil. Oh Gott, das sind ja die bösen Kinder aus der Nachbarstraße. Gibt's die Bälle? Ja, also ja. Mal gucken. So, jetzt kriegst du erstmal einen mit... Mit... Da würde ich mal sagen... Hat er... Einen guten Anlaufsprung genommen. So, okay. Das sieht auch aus wie eine Falle. Ich sag's ja. So, wir nehmen den Hammer mit. Weil der Hammer ist unser... Stimmt, die haben ja unseren Kumpel... Diese kleinen, miesen Gauner. Gehst du, weg. Du. Die haben ja unseren Kumpel gekidnappt. Da war ja was. Nimm den Hammer. Nimm ihn. Nimm. 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 Nimm doch. Oh Gott, der war zu früh. So knapp. Okay, okay. Wir beruhigen uns. Wir machen uns jetzt easy peasy lemon squeezy. Nummer eins. Nummer zwei. Halt dich fest, mein Freund. Gefällt's jetzt... Ein bisschen. Jetzt ist der Hammer weg. Geht's dir gut? Oh, bitte. Die haben den hier entführt. Also... Hey. Ja, komm mit. Wir haben dich befreit. Du bist wieder sicher. Bei uns. So halbwegs. Also ganz sicher natürlich nicht, aber... Danke, fieser Wicht. Danke. Ich hab mich gar nicht erschrocken. So. Machen wir Fenster auf. Und gehen durch. Nice. Hanno. Achso. Ein bisschen drucken. Oha. Okay. Haben wir beide geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Was ist hier zu tun? Also bestimmt irgendwas mit dem Klavier. Aber warte mal. Wir haben hier eine Kurbel. Was ist, wenn wir diese Kurbel bewegen? Muss ich die von weiter oben fallen lassen? Müssen wir in... Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir müssen... Äh, ein Loch machen. Aber wir müssen anscheinend kein Loch machen. So, wir versuchen jetzt das wieder... Kubbel doch... Kubbel doch hoch. So, wir versuchen wieder hochzukubbeln. Was nicht geht. Nein. Okay, es geht wirklich nicht. Verdammt. Müssen wir jetzt hier beide hoch? Ach, wir müssen doch ein Loch machen. Und ich springe einfach runter. Warum? Weil ich finde es toll. Ja, ja. So, jetzt springen wir hier beide. Müssen wir beide gleichzeitig springen? Warte mal. Warte, warte. Lass doch mal einen Takt nehmen, den wir beide können. Eins, zwei, drei und hopp. Also, so zeitgleich kriegen wir nicht hin, ne? Also, das ist irgendwie nicht machbar. Aber gut, jetzt haben wir es ja geschafft. So, können wir hier... Geht das? Geht das? Kannst du... Hilfst du... Also, ja. Ja, cool. Sehr nice. Scheiße. Da ist jetzt so ein... Also, hier... Warum? Mit einem Schlüssel in einem Frosch rumhantieren? Was ist denn mit euch nicht? Was stimmt denn mit euch nicht? Hier, wir müssen sneaky sein. Wir müssen an ihr hinten vorbei. Yes. Jetzt nehmen wir hier diese schöne Stange. Und zieh dir eine über den Kopf. Ne, ich wollte den Schlüssel nehmen. Schlüssel mitnehmen. Sehr gut. Achso, scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? Wo geht es denn jetzt hier weiter? Sind sie hier hin? Komm, lass uns. Gemeinsam sind wir stark. Okay. Haben wir es sogar geschafft. Nice. So, jetzt einmal Schlüssel rausholen. Und weiter geht's. Yeah. Okay. Wir machen mal einen auf Sneaky. Weil wir wollen den Hammer haben. Warum gehst du direkt da zu dem hin? Okay. Äh, alles cool bei dir? So, kann man es auch machen. Ist okay für mich. Gut. Dann liegt der Hammer halt einfach nur... Einfach nur so rum. Aber wir können ihn leider nicht mitnehmen. Also, ich würde ihn ja sonst gerne mitnehmen. Wer spielt denn jetzt hier Klavier? Aber wir können es halt nicht. So, das ist die Frage. Können wir hier durch? Gedat. Nein. Können wir nicht. Gut. Können wir hier hoch? Okay, okay, okay. Wait. Wait. Wieso kann ich jetzt... Okay, ich muss hier irgendwas hier hinziehen. Nee, warte. Oh, warte, warte. Er hilft mir wieder. Sehr gut. Und du springst auch noch auf den Froschraum. Ja, Entschuldigung. Wer sind denn die komischen bösen Kinder? Ich habe das erste Spiel nicht gesehen. Und hier auch noch nichts. Äh, ist eine gute Frage. Das sind ja so, ähm... Ähm, Puppen. Im Prinzip. Warte mal. Ich muss das jetzt hier runterschmeißen bestimmt. Schaffst du das alleine, das... Achso, du klettest dann einfach hoch. Das ist natürlich cool. Ja, das sind, glaube ich, irgendwelche... Ich sag jetzt mal... Handgemachten Puppen, die aber irgendwie ein Eigenleben, so wie Pinocchio-mäßig, irgendwie... Hinter sich haben. Und wir haben da so eine... Erzieherin. Madame da unten. Mit ihrem... wunderbaren Giraffenhals. Okay. Also, wir müssen... Auf die andere Seite. Dafür müssen wir aber wahrscheinlich runter an die Kurbel. Äh, jetzt spielt sie hier Klavier. Und ich gehe mal von aus... Sie darf uns nicht hören. Und ich gehe mal von... Okay. Und ich gehe mal von... Ich gehe mal von... Okay. So, okay, also er kommt ja jetzt rüber, das ist ja gar nicht so schlecht, aber wie komme ich denn nachher rüber? Ich komme ja gar nicht mehr hoch, ich muss den Hocker da mitnehmen, damit ich wieder hier hochlaufen kann, das ist ja mal richtig kacke. Wir müssen leise sein, wir müssen jetzt müssen wir leise sein, weil sonst wird sie geil auf uns. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Stufe da. Deswegen nehmen wir die auch nicht mit. Wir warten, also ich bewege mich extra jetzt nicht, bis sie wieder spielt. Ich sage ja, sie ist... Aber irgendwann ist doch mal dein Limit erreicht oder nicht? Also wie lang kannst du denn deinen Hals machen, Fräulein? Das ist ja mal gar nicht. Hübsch. Oh Gott. Und Melly, warum? Ja, sie hat die Tür gehört, das ist gar nicht, also war ja... Naja, okay. Wir sind... Wir sind... So singin' in the rain. I'm singin' in the rain. Ich kann das Lied nicht weiter singen, weil ich keine Ahnung habe. Aber es sieht wieder krass gut gemacht aus. Also Little Nightmares... Little Nightmares 1 sah schon geil aus. Und 2 sieht mega... Also es sieht genauso geil aus. Also... Ich bin gespannt, was kommt mit Little Nightmares 3. Aber ich freue mich richtig darauf. Richtig, richtig. Ich ziehe jetzt eigentlich wieder so ein... Was ist das? Nimm das doch. Okay, nimm das. Ich dachte, da wäre wieder so ein Hütchen zum Sammeln. Ja und... Ja. Müssen wir jetzt... Warte mal, wir müssen den Container wahrscheinlich nach rechts schieben. Aber weiter können wir nicht. Weil dieser Stein... Die, die... Okay, vielleicht reicht es ja auch aus. Kann ich das Brett nehmen? Nee, ne? Das Brett kann ich... Okay. Aber wir können den Fernseher... Fernseher schieben. Ich will nicht klet... Okay, dann klettern wir halt. Bleib doch! Bleib doch wenigstens drauf! Okay, warte. Kann ich... Ich will doch nur da raus! Aber es scheint noch nicht das Richtige zu sein. Warte mal. Okay, ich muss dieses Brett hier wegkriegen. Wie kann ich dieses Brett... Ich will... Nimm das Brett! Nimm! Nimm! Nimm es! Nimm! Nimm es doch! Er nimmt es dich. Warte, kann ich... Kann ich dagegen drücken? Geht das... Geht das in die andere Richtung. Dass der Deckel zugeht. Ja. Kann ich jetzt? Nein. Kann ich jetzt? Nein. Aber warte mal. Vielleicht kann ich ja mit dem Deckel... Vielleicht reicht das ja schon aus. Zum... Äh... Drüberjumpen. Anlauf. Nein. Er hat mich an meine Klassenlehrerin aus der ersten Klasse... Ich glaube, sie heißt Konda. Anna Konda. Oh ja. Asratoba, nament Asra! Hello! Wie kann ich jetzt das... Also, ich krieg... Warum? Wait. Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Okay, wir haben es jetzt an den weitesten Punkt... Aber wirklich, an den weitesten Punkt... Äh... Nach rechts geschoben. Und es muss doch machbar sein. Mit Anlauf. Hier. Jawoll! Come on! Ich... Ich fang dich! Oder ich spring einfach nochmal runter. Das ist vielleicht auch noch eine Idee. Warum bin ich denn jetzt nochmal runtergesprungen, ey? Aber wirklich... Ach, ist das schön. Okay. So, jetzt aber. Du schaffst er alleine hier rüber, ne? Genau. Perfekt. Jetzt sonne weiter nach hinten... Und weiter nach rechts. Ah, okay. Ja, es hat ja geklappt. Du Halbwitz. Was ist das hier? Ich verstehe leider immer noch nicht, was diese Schatten mit sich bringen. Also... Auf jeden Fall haben wir hier so ein kleines... Bötchen. Ist es eine Anspielung auf S? Wo das Boot dann quasi so runterschippert? Scheinlich nicht. Okay. Was ist das hier für... Ist das eine Banane? Ist das ein Spielzeug? Was ist das? Hallo. Okay. Du hast ne... Ne Regenjacke gefunden. Finde ich gut. Gut. Wo sind wir? Und warum sind wir hier? Ist klar, wir müssen wahrscheinlich hier durch. Warte mal, ich will mich nochmal ganz kurz hier umsehen. Weil vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie... Wie ist das eine Art Easter Egg? Oder irgendwas? Haben wir hier die Tür wieder zu machen? Geht das? Sehr gut. Die geht zwar wieder auf, aber... Ja, okay. Für den Moment war sie mal kurz zu. Wie gut, dass ich hier hinten... Ich seh nix! Nix seh ich! Okay. Vielleicht sollten wir vielleicht doch einfach durchrennen? Gut. Dann erkunden wir halt diesen Raum nicht. Dann laufen wir halt einfach weiter. Dann ist das halt so. Äh... Achso. Okay. Muss ich jetzt aufs Dach? Ja. Muss ich. Aber was muss ich jetzt machen, ist die Frage. Muss ich jetzt hier runter? Möchtest du umschmeißen? Jawohl! Ich kann's von hier aus umdrücken. Nice! Okay. Cool. Haben wir. Okay, okay, okay. Weil da geht's. Okay. Also ich hoffe, wir haben die Lady jetzt... Ausgespielt. Die... Äh... Äh... Giraffen-Lady. Aber ich hab ein bisschen die Befürchtung, die wird uns früher oder später nochmal begleiten. B-Gleiten. Ich hoffe natürlich nicht. Wir sind ja schon wieder in so einem... Wo sind wir? In einem Krankenhaus? Mit den ganzen Mulden. Ja, sieht aus wie ein Krankenhaus. Okay. Okay, 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 okay. Lady Anaconda. Ja, sie heißt Lady Anaconda. Und ich hoffe, dass wir... Lady Anaconda jetzt nicht nochmal hier sehen. Unbedingt. Auf ein Wiedersehen hab ich nicht so viel Lust. Sei ich... Nee, einfach nee. Ich will das nicht. Okay. What is... Ich... Was... Warum schweben diese Sachen... Okay. Äh... He's doing his part. Okay, haben wir? Nein! Wenn man vergisst, springen zu drücken. Dann passiert genau das. Dass man nicht gesprungen ist. Jetzt bin ich gesprungen, aber habe vergessen zu sprinten. Mal gucken, wann ich vergesse zu greifen. Das wird uns wahrscheinlich heute auch nochmal ein paar Mal passieren. Okay, wir... Lalalalalalalalalala. Ja, oben. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Springen, greifen, klettern. Aber was ist das für ein Raum, der... Wo einfach nur Betten... Woran sind die befestigt? Also... Kann man doch gar nicht erzählen, dass die Decken so hoch sind. 25 Meter hoch. Oh, die Decken. Das lief jetzt mal semi-gut. Würde ich mal behaupten. Ja, hüpfen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, ja, ja. Hüpfen. Halten. Was? Melli Teil 1. Playlist. Was auch immer du für eine Playlist-Sales reingepackert hast. Achso, Herr Junge hat eine Playlist reingepackert. Habe ich gerade schon gewundert. Hey Junge, du sollst dich doch erholen. Du sollst doch easy peasy machen. Okay, haben wir auch. Den letzten Sprung kriege ich nicht hin, oder was? Beruhigen wir uns. Wir stehen auf. Und spritten hier wieder durch. Und... Laufen einfach vom Bett runter. Was ist denn? Warum kriege ich das mit der Optik? Ich kriege es nicht geschissen. Ich bin gar nicht da. Ich... Raff es halt gerade nicht. Warum ich das mit der Optik nicht so hinbekomme? Also ich kann... Also ich komme anscheinend mit dieser... Mit... Mit... Wie nennt man das mit der Tiefe? Tiefen Wahrnehmung? Also normalerweise habe ich ja nicht so eine Probleme. Aber kommen die einfach mit dem Alter? Mal blöd gesprochen. So, wie schwer kann es jetzt sein? Geradeaus nach da zu springen, um... Also... Geht doch. Meine Güte. Lass mich raten. Wir müssen... Müssen wir... Müssen wir nicht. Müssen wir doch. Wir müssen die Sicherung mitnehmen. Das ist jetzt nur die Frage, wofür. Okay. Möchtest du vorspringen? Nein. Anscheinend nicht. Könntest du dich ein bisschen beeilen? So ein bisschen... Schön, dass du dich jetzt rettest. Oder ich? Okay. Können wir hier eigentlich auch... Ne, hier kann ich nicht durch. Ja, schön. Der Junge ist krank. Ja, ein bisschen schlecht. Liegt auf dem Sofa und versucht mich nicht zu bewegen. Das ist ja gut. Hier ist eine Taschenlampe. Ich... Hab ja ganz viel Lust. Bei diesem Game. Mit Taschenlampe zu arbeiten. Ach du Scheiße. Das ist ja mal ganz andere... Oh Gott. Warum? Also... Ich find das irgendwo cool. Aber ist auch creepy as fuck. Okay. Okay. Oh Gott, ich seh nichts mehr. Warum muss ich denn... Das Schlimme ist, irgendwann müssen wir wahrscheinlich in so einem dunklen Raum uns sneaky bewegen, wo wir die Taschenlampe uns quasi... Äh... Wie nennt sich das? Verrät. Deswegen will ich die gar nicht so oft anmachen. Also so lange eigentlich. Ich hab ein bisschen Schiss davon. Oh nein. Oh nein, ich brauch... Oh nein, ich brauch... Ich brauch Werkzeug. Wir brauchen Werkzeug. Weil wir kriegen die Tür nicht auf ohne Werkzeug. Okay. Da hinten ist eine Tür offen. Da gehen wir jetzt mal gucken. Ohne Taschenlampe. Weil da ist ja Licht. Hello? Is anyone here? Oh, wir können... Ja, wir brauchen ja bestimmt Dosen zum Werfen. Für diesen Knopf. Schnarcht da jemand vor sich hin? Also... Ich frag nur. Da ist wieder so ein Fernseher, den wir ausschalten müssen. Wir müssen wieder... Das hab ich auch noch nicht verstanden. Warum gibt's in diesem Game diese Fernseher? Und warum muss ich irgendwelche Sender da drinne einstellen? Und dann werde ich rein teleportiert und dann wieder raus teleportiert? I don't get it. Ist das so nicht richtig? Also irgendwas muss es ja zu bedeuten haben, weil jedes Mal werden wir hier rein teleportiert. Zu dieser Tür mit diesem... Auge. Und wir versuchen dann Richtung Tür zu rennen. Und während kurz vor der Tür werden wir wieder zurück teleportiert. Na gut, kurz vor der Tür ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist schon ein paar Meter noch weg. Aber was bedeutet das? Ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Okay, aber wir sind hier erstmal... Alleine. Okay, da oben ist ein Schalter. Da sind zwei Sicherungen. Hier ist ein Fahrstuhl. Oh Gott, das... Das... Das sieht... Und in dem Teddybär ist ein Schlüssel. Laut dem Röntgenbild da hinten. Und hier geht's dann nochmal weiter. Warum geht's denn... Oh, warum ist denn das so riesig? Achso, weil wir diesen Teddybär mitnehmen müssen. Teddybär, kommen Sie mal mit. Wir müssen Sie einmal untersuchen. Wieso hat denn der so einen Klimperaffe dabei? So, wenn ich jetzt Teddybär hier hinlege... Und ich mich jetzt hier ran hänge. Okay, ich sehe... Der Affe hat den Schlüssel. Ich dachte, der Teddy hätte den Schlüssel. Äh, okay. Gut, wie kriegen wir jetzt aus diesem Teddy... Äh, aus dem Affen... Den Schlüssel raus. Also, weil hier drinne wird er... Nicht... Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich wollte doch nur gucken, kurz... Ich... Wollt... Ich wollte gar nicht runter. Okay. Kann ich... Nimm doch! Er nimmt nicht. Warum können wir das? Ich sehe nichts. Ich... Weiß nicht, was ich mache. Will ich hier wieder raus? Okay. Okay, warte, 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 warte. Vielleicht... Ist... Ist das der falsche Weg? Okay, warte, wir haben hier noch einen Schalter. Wir drücken jetzt den Schalter. Mal gucken, was passiert. Schmeiß mal den Teddy da rein. Schmeiß ihn doch da rein. Ja, ja. Jetzt hier rein. Er will... Gib ihm doch! Denn... Gib ihm mir! Gib ihm mir. Gib ihm... Gib... 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 Er gibt ihn mir nicht. Okay. Wait. Also ich hätte jetzt gedacht, wir müssen den da verbrennen, weil der hat auch den Schlüssel drin, oder nicht? Oder sollen wir den... Aufschneiden? Affen rein da. Ja! Habe ich ja auch gedacht, aber... Er lässt halt den Affen nicht los. Also ich will mal kurz was testen, ne? Weil nicht umsonst gibt es dieses Röntgenbild mit diesem Schlüssel drauf. So. Bei dem Teddy ist nichts drin. Wir haben hier aber noch mehr Teddys. Ne? Wir haben ja hier noch den Hasi. Ach nee, ist ein Hund. Ist ja gar kein Hasi. So, den packen wir jetzt auch mal hier vorne hin. Flup! Wir gehen jetzt mal hier nach hinten. So. Wir gehen jetzt mal hier hin. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Bring. Ist ja schön, dass da der Teddy ist. Also... Okay. Okay. So, wir haben hier noch einen größeren Teddybär. Warte mal, da hinten geht es ja bestimmt noch in die... Ne, geht es nicht. Ne, sonst noch irgendwas Feines. Hier haben wir sonst auch nichts weiter, ne? Ne. So, jetzt packen wir den hier noch mal kurz hier hin. Aber ich glaube, auch der wird nichts bringen. So. Jetzt nochmal hier ranhängen. Doch. Okay. Ja, 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 ja. Ihr habt alle... Der hat auch einen Schlüssel in sich. Sehr gut. Das heißt, den nehmen wir jetzt mit. Den werde ich jetzt definitiv erstmal zum Verbrennen bringen. So. Ich hoffe, dass er denn hier auch mitmacht und den Affen denn da auch reinpackt. Das wäre von Vorteil. Damit wir halt nur einmal ranmachen müssen. Jetzt schweißt er ihn da rein. Ja, Hasi. Und hallo, Mutti. Danke für die Cola. So, jetzt kriegen wir zwei Schlüssel. Ich habe keinen Schimmer, wo wir diese Schlüssel... Wo wir... Wo wir die herholen. Also, äh, wo... Hä? Wo wir die herholen ist gut. Wo wir die benötigen. Nimm noch. Nimm noch den Schlüssel. Und wo ist der andere Schlüssel? Ich dachte, wir kriegen zwei. Wo ist denn der Zweite? Haben wir den jetzt auch schon eingesteckt? Oh, schauen wir mal. Da schauen wir doch einfach mal. Ich habe auch gar keinen Schimmer, wo wir die Schlüssel, wie gesagt, einsetzen sollten. Im besten Fall. Weil, was wir gefunden haben, sind oben die, ähm... Falsche Taste. Äh, sind die... Sind die Sicherung. Hier haben wir da oben. Also, die leuchten hier fleißig vor sich hin. So, hier haben wir aber einen Schlüssel. Können wir den verwenden. Okay, nice. Äh... Gar nicht unheimlich so bei... Den Puppendingern. Hello. Ich mag ja sowas... Gar nicht so... Finde ich gar nicht so... Toll. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, warte. Hier kann ich... Mit Hilfe hoch. Und kann ich jetzt von hier aus aufmachen? Nein. Heißt, ich komme hier nicht ohne Hilfe wieder raus. Das finde ich nicht so optimal. Wirießen. Nein. Oh, oh, oh. Gar nicht uncool. Echt uncool. Okay. Scheiße. Wie mache ich denn das? Also ich muss... Ich dachte... What? Hey, hey, hey. Scheiße. Eiskaltes Händchen. Oh Gott, wie mache ich denn das jetzt? Haus Benivito. Ja, Melli. Gar nicht gut. Scheiße. Vor allem, wo muss ich hin? Geh mal weg. Gehst du weg? Okay, er kommt nicht mit. Oh Gott, ich dachte, er kommt jetzt auch noch da noch mit. Hm. Nein. 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 Lass mich. Oh Gott. Dieses... Ich mag ja wirklich dieses eiskalte Händchen gar nicht. I don't like... Okay, kann ich? Kann ich? Kann ich? Please. Kann ich nicht. Ich dachte, ich kann von Tisch zu Tisch springen. Hä? Okay, warte. Ich sollte vielleicht den Hammer nehmen, wa? So, mach du mal deine Aktion. Ja, okay, okay. Cool, 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 cool. Ich wollte dich zerschmettern, Junge. Aber okay, wir... Wait, wait, wait for it. Komm her! Trau dich! Kommst du jetzt hier raus? Ich breche deine Pfoten, du... So, jetzt der Zweite hier? Wo bist du? Yo, komm mal hier ran. Ich hab ja noch einen Hammer für dich. Achso, der lässt... Der lässt mich jetzt in Ruhe? Der Kleine. Lachsnacken. Ich trau dem Frieden noch nicht. Ich trau dem Frieden so gar nicht, gar nicht. Ah. Okay. Aktuell... Aktuell... Ist das zweite Eiskalterhändchen... Ruhig. Noch. So. Sicherung Nummer eins. Warte mal, kann ich den Hammer auch... Darüber schmeißen? Nimm den... Nimm den Hammer mit! Ich... Nimm ihn! Nimm ihn doch! Nee, er will nicht. Nein! Äh, was sind das für Geräute? Was... Machst du da? Alles cool mit dir? Alles soweit? Okay. Cool. Wir gehen zurück. Weil wir haben jetzt das, was wir wollen. Wir haben die erste Sicherung. Oh. Lalalalalala. So, dann drehen wir die erste Sicherung mal rein. Snip. Und gehen jetzt mal auf die... An... Die Reseidee. Scheiße. Wir müssen die Sicherung nochmal mitnehmen. Sorry. Äh, ist... Damit hab ich nicht gerechnet. Jojo! Hello! Jojo! Nimm noch! Nimm! Warte, nimm noch die Sicherung jetzt. Nein! Du sollst die mitnehmen! Dankeschön. Oh. So, okay. Und hier hoffen wir jetzt, dass wir noch eine zweite Sicherung gleich finden. Damit wir den Fahrstuhl wieder in Betrieb kriegen. So, da leh. So, da leh. Hm. Hm. Ich weiß ja nicht. Ich hab so ein bisschen... Bedenken. Und ein bisschen Angst. Aber gut. What the fuck? Warum? Okay, wait. Kann ich einfach an dir vorbei? Geht das? Ne. Nein. Geht natürlich nicht. Warum? So, wenn ich dich jetzt loslasse. Nein. Okay, die Viecher haben Angst vor Licht. Oh Gott, ich seh nichts. Also, ich weiß ja nicht. Das ist schon ein bisschen alles creepy. Ich will doch nur eine Sicherung finden. Eine stinknormale Sicherung. Okay. Du Scheiße. Du hast sie ja nicht mehr alle gesehen. Was ist hier? Oh Gott. Es sind ja gar nicht so viele. Don't, 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 don't. Don't. Woher wissen die denn, dass ich da bin? Also, machen die das an Geräuschen abhängig? Woran? Ich renne jetzt da durch. Ich war Ich war doch nicht, also mindestens 500 Meter war ich noch entfernt. Das ist ja jetzt nicht dein dein Ernst. Ernst Gustavson. Okay. Du bewegst dich. Und nein, nein, nein. Steuerung. Scheiße, Steuerung. Steuerung. Wo ist hier hin? Ich Habt ihr schon mal versucht, so zu steuern? Mit dem, mit dem Ich will nach da. Ich Ich will. Also, ich bin diese Spielfigur. Ich möchte mit der Taschenlampe nach da. Er macht alles andere, nur nicht dahin, wo ich hin will. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Don't. 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 Und du auch nicht. Und Sie kommen von So wie Es ist schlimm. Es ist einfach schlimm. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Pass auf. Ich hab, ich hab ne Idee. Wir triggern sie und locken beide So. Ja, ja, ja. Das hat mal semi-gut funktioniert, würde ich sagen. Ich wollte beide quasi ne damit sie halt hintereinander nebeneinander stehen. So, weil wenn ich den jetzt hier angucke dann wird der hier geil. Macht, was ihr wollt. Ich bin weg. Nein, nein, nein. Nein, nein. Don't. Nein, don't. Don't. Okay, ich darf mein Wait, wait. Ich komm nicht weiter nach da. Nein, nein. Wir bewegen uns nicht. Wir bewegen uns nicht. Nein, Taschenlampe, du gibst nicht den Geist auf. Nein. Don't. Don't move. Don't. Fuck. Hilfe. Hilfe. Okay. Wir haben es geschafft. Ich hab keine Ahnung wie, aber wir haben es geschafft. Oh, das war gar nicht gruselig. Hey, 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 hey. Warum gibt's denn jetzt so ne Puppen, die auf Licht reagieren? Was ist, was, warum? Ich dachte, die machen demnächst nach Geräuschen oder so. Aber nein, sie müssen nach Licht reagieren. Kann ich hier rein? Ich möchte hier rein. Nein, ich... Okay, ich kann auch nicht rein. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Sequenz ist ja, ist ja, glaube ich, egal. Ne, also, weil, da ist ja unabhängig jetzt von Licht. Außer, dass die halt mich erschrecken, wie sonst was. Don't, don't. Jetzt. Ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist. Ich krieg das mit ich krieg das distanzmäßig, ich raff das nicht. Ich, warum nicht? Wo ist, warum hab ich da so ein Problem mit? Ganz schlimm. Was ist das hier überhaupt? Warum ist hier so ein Auge? Warum, warum, warum? Käse. Ich, also, ich krieg das Warum krieg ich das nicht hin? Okay, kann ich eventuell diesen Käse mitnehmen? Um ihn einfach irgendjemanden in die Hand zu drücken. Ich raff's nicht? Okay, ich kann mit dem Käse nix machen. Aber es muss doch dafür einen Begriff geben, warum ich das so von der tiefen Wahrnehmung nicht ordentlich hinbekomme. So, hier sind wir jetzt ganz links, äh, ganz rechts. So, jetzt gehen wir weiter nach hier. So, und ich weiß, ich muss jetzt so leicht schräg. Ey, also, ich seh es ja. Ja, wir kriegen es denn. Wir, wir, wir machen es jetzt. Wir holen die Taschenlampe raus. Weil wir brauchen es. Wir rennen hier wieder durch. Wir müssen rechts. Mittig. Bisschen nach links. Dann wieder so. Dann links, rechts, geradeaus. Und wir werden geschnappt. Ah, da würde ich auch, äh, kein Schoki mehr helfen. Doch, also Schoki hilft immer. Schoki ist, 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 ist meine Dark Souls-Therapie-Stunde. Und hilft. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Oder meistens. Sagen wir es mal so. So, jetzt müssen wir hier rausholen. Er dreht sich einfach um. Er dreht sich einfach um. Und hat mich instant. Als ob ich kuscheln gekommen bin. Bin ich aber gar nicht. Es seh... Also, es ist ja wirklich fast ähnliches Niveau wie Dark Souls-Enthos. So, wir holen jetzt wieder die Taschenlampe raus. Wir rennen jetzt hier durch. Gucken. Nein. Wir... Ich hab ihn doch... Ich... Ganz kurz. Ich bin so kurz, hab ich ihn nicht angeguckt. Ganz kurz. Dann ist der Kegel wieder zu ihm und... Ist ihm scheißegal. Ist ihm... Rotzefort. Hm. Quaker. Wir machen es jetzt. Wir ziehen es jetzt durch. Cool. Von der Hand wurde ich noch nicht gegriffen. Also... Wir wollen von jeder Hand mindestens zweimal angefasst werden. Es ist... Also, weiß ich ja nicht. Kann ich eigentlich jetzt einfach... Nee, kann ich nicht. Ich kann jetzt hier nicht einfach in der Mitte lang glatschen. Nee, geht nicht. So, wir rennen jetzt hier vorbei. Leuchten den schon... Nein, wir leuchten ihn an. Wir leuchten. Wir leuchten. Wir leuchten. Wir leuchten wie die Bescheuerten. Ich leuchte nicht. Ich bin... Am... Verzweifeln. Hallöchen. Na, wie geht's dir? Äh... War schon ewig nicht mehr da. Ja, ja. Ja, ey, hellöchen. Ich bin leicht am... Puls kriegen. Bei dieser Szene... Ich gefühlt das 20. Mal jetzt hier spiele. Aber schön, dass du da bist. Tini weini. Ich freue mich. Und ich hoffe, du hast Spaß beim tuschauen, wie ich hier die ganze Zeit angegrabbelt werde von irgendwelchen Puppenhänden. So, jetzt nochmal. Wir nehmen dich. Wir nehmen dich. Wir nehmen... Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Habe ich gesagt. Kletter. Kletter. Kletter doch. Kletter doch schneller. Kletter doch ein wenig schneller, weil es geht ja hier um dein beschissenes Leben, mein Freund. Es macht doch ganz an. Wer ist dafür, dass Benni sich ein Postfach besorgt und wir ihm regelmäßig Nervennahrung schicken? Im Verzweifeln, ja, fühle ich. Aber man muss ja auch dazu sagen, wir machen ja so Step by Step. Es war sehr langsam, aber Step by Step. Einen gewissen Fortschritt. Zwar nicht viel, aber Deathcounter 4895. So ungefähr. Es ist nicht schön. So, jetzt hier links, rechts, geradeaus. Dann wieder hier lang. So, jetzt, jetzt rücken wir hier lang. Gucken wir ihn hier. Nein, nein, don't, 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 don't. Jetzt gucken wir nach hinten. Jetzt gucken wir, wir gucken nach hinten. Ich hab ihn. Ich brauch bald, wenn es so weitergeht, brauch ich bald einen neuen Stuhl. Ich nehm hier gleich meinen Stuhl auseinander. Vielleicht ist es auch ein, also, ne, ich spiel ja das Spiel mit dem Gamepad. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn ich einfach mit Maus und Tastatur spielen würde. Vielleicht ist dann das Movement ein anderes, ein besseres, ein, I don't know. Nein, nein, wir, wir gucken nach da. Jetzt gucken wir nach da. Wir klettern, wir klettern, wir klettern, wir klettern, wir klettern zu langsam. Langsam muss ich den vielleicht weiter vorkommen lassen, damit ich genug Zeit habe, um hochzuklettern. Ja, das ist ne Taktik. Weil gefühlt klettern wir halt super langsam. Super langsam. Wirklich sehr langsam. Sehr необходимо. Es scheint. Jetzt geht's. Wieft ihr? Ja, wiecus ich presentations. Wiest du das? Werst du jaunt? Was hast du schon seit? Gra beast du mal? Das schon notwendig ist. Das tradition! Hm fing aus? Gunt mal chalk? chilab Six furchzen? Wir beruhigen uns Wir haben jetzt alle hier Halbwegs im Griff Ab dem Moment, wo ich aber hochspringe Mich umdrehe und versuche hochzuklettern Wird Johnny Hier, der da Mir am Arsch hängen Aber wir haben ja gar keine andere Wahl Also werden wir jetzt gucken, dass wir Also, okay Meine Taktik ist jetzt, wir springen Versuchen uns in der Luft zu drehen Um zu greifen Um dann hochzuklettern Jetzt seid ihr Ich würde sagen, das Wird nicht hinhauen Aber let's try Also Springen, umdrehen, geht nicht Okay, wir machen es einfach so, ist mir egal Wir haben es geschafft, okay, endlich Meine Fräse War ja gar nicht mal so schwer Oh Ja Danke Nice Und 257 Guten Abend Wir haben hier Seife In der Dusche Sind wir im Knast? Dann sollten wir die Seife nicht aufheben Scheiße, wir müssen sie aufheben Wir müssen sie aufheben Weil wir müssen dagegen dürfen Dankeschön, Mutti Danke Danke Vielen Dank Wir haben es geschafft Oh Gott Ich will es jetzt gar nicht wissen Stehen die jetzt hier irgendwie wieder auf? Ne, ne? Muss ich hier Oh nein Ich muss Ich brauch Ich muss Ich brauch irgendwas Wo ich hochklettern kann Kann ich dich nehmen? Natürlich nicht Kann ich dich drücken? Nein Ich brauch einen Gegenstand Wo ich rauf hüpfen kann Haben wir irgendwo einen Eimer? Warte mal, hier war doch ein Eimer Nimm den Eimer Nimm, nimm ihn Er nimmt ihn nicht Hier muss ich irgendwie hochkommen Weil ich glaub nicht, dass ich Nein Mit drücken kriegen wir es nicht auf Okay Das heißt, wir brauchen irgendwas Ach, falsche Tasse Die Kiste Wir nehmen einfach die Seifenkiste Wie wär's mit der? Nimm die Nimm sie doch mit Nimm Du Du sollst ziehen Okay Nimm mal die Kiste Nimm Okay, hier ist auf jeden Fall unser Ausgang Das heißt Nice Da komm ich wieder zurück Warte mal Ist das unser Ausgang? Oder müssen wir hier weiter? Nicht, dass jetzt ist hier umsonst Ah Ich würde fast sagen, ja Aber auch irgendwie, nein Wir nehmen jetzt die Kiste Und ziehen die einfach Mal dahin, wo wir denken, dass wir sie brauchen Es dauert zwei Ewigkeiten Und wird auch Wird auch nicht funktionieren Wie sie aussieht Sag mal Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Jetzt Jetzt komm ich über die Kante Oh Okay Herzlich willkommen bei unserem Schiebesimulator Wir schieben heute eine Box voller Seife Durch alle Räume Was wir aber nicht können Weil wir uns anstellen Wie der erste Mensch Der eine Kiste schiebt Weil wir kommen nicht durch das Gitter Vielleicht muss ich auch Anders drücken Probieren wir uns mal hiermit Nein, damit kann ich nichts machen Dann probieren wir von dieser Seite zu drücken Und wie wir sehen Kommen wir durch Es ist ein Traum Der war, wird Und irgendwie auch nicht Ey, wenn es jetzt aber nicht hilft Dass dieser Vorsprung Jetzt nicht ausreicht Um da oben ranzukommen Und ich hier diese ganze Schiebeaktion Komplett Umsonst mache Zum Glück habe ich Schoki mir geholt Okay, wir haben gleich unser Ziel erreicht Gleich sind wir da Und können gucken Wehe, ich kann jetzt hier nicht hochspringen Natürlich 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 Geht es da nicht weiter Warum gibt es denn das hier überhaupt Ja, und ich möchte Brauche ich meinen Freund Brauche ich meinen Buddy hier Is it, is it possible Muss ich Gucken, dass ich jetzt diesen Eingang hier durchgehe Zurück Um meinen Kumpel zu holen Ist das Ist das das Ziel Der Rollstuhl in der Mitte Ist sehr auffällig Kannst du was damit machen Warte mal Also ich habe vorhin schon mal probiert Den kurz zu bewegen Aber Er hat sich nicht bewegen lassen Ich habe auch gedacht Dass es der Rollstuhl ist Dass ich hier einfach so hoch hüpfen muss Hier so Zack Aber Ich kann nicht drücken Nicht ziehen Nichts Muss ich hier irgendwo noch eine Bremse lösen Hatte Ding Bremse Muss ich den Typen aus dem Rollstuhl hier rausziehen Geht dat Kann ja auch nicht hoch Nein 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 Ich kann mit diesem schönen Rollstuhl Nichts machen Anleuchten Er ist schon verdächtig Muss ich mal ganz ehrlich sagen Dass er automatisch Den Kegel nach oben hält Ohne dass ich hier irgendwas mache Also ich kann ja den Kegel hier so beeinflussen Und wenn ich mich nach da drehe Gehe da wieder nach unten Drehe ich mich nach da Gehe da automatisch auf die Figur Warum? Hm Ich kann auch nicht raufspringen Okay Wir probieren trotzdem erstmal ganz kurz nochmal hier den 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 Durchgang aus Ich bin gespannt wo ich lande Ich hab ein bisschen die Angst Dass wenn ich aus diesem Durchgang raus Drin Was draufwerfen Uh Seife Maybe Seife Vielleicht müssen wir ihn ja säubern Das war jetzt aber Ein ganz komischer Wurf Leider auch nicht Kann ich die Seife einfach bei ihm eigentlich reinschmeißen? Geht das? Bei uns Wannenbad? Das funktioniert sogar Was ist denn mit diesem Eimer hier? Kann ich diesen Eimer nehmen? Nimm 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 den Eimer nicht Sorry war ne Idee Ey für Ideen bin ich immer offen Wirklich dafür müsst ihr euch nicht entschuldigen Selbst wenn die Ideen Äh Nicht hinhauen Ähm Ich bin da manchmal selber so ein bisschen am verzweifeln Immer rein damit in den Chat Weil manchmal bin ich ja selber so irgendwie Wo ich mir denke Ich hänge und Manchmal ist die Lösung halt so einfach Ähm Okay Wieso kann ich Wieso Also Warum Komm ich hier rein? Also Raum hier oder was Die Reifen rutschig machen Das wär auch noch ne Idee Okay Ich hab jetzt wirklich nur diesen Schattentypen da Äh Äh Aufgedeckt Okay Soviel zu Das ist mein Rückweg Und scheiße ist das mein Rückweg Wir nehmen diese Seife nochmal mit Ich esse jetzt nochmal Schurky Kann ich? Muss ich Die Seife da durchschmeißen Nein Er zieht ja Das Ding ja gar nicht an Schiehl mal Nach da oben Und werf mal da hin Okay Das war nix Hm Ich brauch nochmal ganz kurz meine Seife Ich muss kurz wissen wo die ist Da liegt sie Nimm die Seife Nimm Nimm noch die Seite Da Jetzt machen wir hier Melis Vorschlag Nehmen wir versuchen jetzt hier Warum kann ich den greifen? Wenn ich den nicht ziehen kann Das ist Das ist halt Warum kann ich den anvisieren? Irgendwas muss doch mit dem Rollstuhl sein Ja Ich geh da voll und ganz mit euch Äh Stimm mich damit überein Irgendwas muss mit diesem dämlichen Rollstuhl passieren Muss ich irgendwie Gibt's hier oben noch irgendwie Irgendwas anderes Warte Muss ich Muss ich's wieder dunkel machen Is Is this the game? Okay This is the game Bleibst du da Bleibst du Bleibst du Don't stop Believe it Nene 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 Das war's Damit das viel aufstehen kann Erst Kiste ganz weg Dann Rolli Achso Ne Okay Genau So Jetzt ist er weg Ja Ich bin mal eine kurze Weile weg Muss kochen Jetzt Schwangerschaftsgelüste Sind jetzt sehr präsent Bis später Okay Jetzt brauche ich aber Dann habe ich wirklich die Kiste umsonst Hierher transportiert Ja Haben wir Haben wir Haben wir Jojo Lass dir Lass dir schmecken So Okay Jetzt können wir auch was mit dem hier machen Und meine Güte Das war aber auch wieder Das war jetzt aber auch wieder ein Akten Zeig euch Ach du Scheiße Ich habe ja jetzt schon keine Lust Hier auf so dunkle Räume mit Du wirst doch safe Zum Leben erwachen Wo sei Hey 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 Nope Wie soll ich denn da durchkommen What is happening here Okay Okay wir rennen durch Also wir probieren es jetzt mal mit durchrennen Es würde 0,0 helfen Sie sind natürlich schneller Okay warte Wie sieht es aus mit durchrennen Ab einem gewissen Punkt nach hinten ziehen Und dann nur noch rückwärts Wäre das Wäre das Possible Nein Also schon Aber irgendwie auch nicht so Weil die kommt von links und rechts Okay wir probieren es nochmal Don't 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 Tatsatsats My Tralala Okay Wie Also diese Sequenz mag ich wirklich bei dem Spiel Also ja sie ist tricky Ja sie ist herausfordernd Ja ich mag solche Spiele Und ja ich bin Meine Geduldsfaden ist Sehr weit unten heute Warum denn Was ist denn das für eine Mechanik Darf ich mitzählen Gerne Teenie Mach eine Strichliste Die wird auf jeden Fall sehr voll Okay Also wir gucken jetzt erstmal Ihmchen hier an Wieso bewegst du dich Wenn du die ganze Zeit Im Lichtkegel bist Okay Wait a second Wie ist es wenn ich Don't Don't Ich mach es jetzt gerade mit Maus und Tastatur Ja 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 Macht ihr mal Kommt ihr mal Kommt mal mit K Hallo, für alle die neu sind bei uns auf dem Kanal, herzlich willkommen bei Benni und Steve, ich bin der Benni, der Steve sitzt normalerweise rechts neben mir, der ist heute leider nicht da. Wir spielen heute Little Nightmares 2, läuft gut. Oder auch nicht, wir sind schon 500 mal gestorben und ich habe kein Red Bull mehr. Okay. Wir geben unser Bestes. Runboy brauchen wir noch als Alert. Okay. Okay. Werden wir von Ragefit Incoming? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Ich verstehe es nicht. Mein Lichtkegel geht auf diese Puppe. Überwegt sich trotzdem. Gibt es hier einen Lichtschalter? Irgendwas. Das wäre jetzt noch der größte Clou, wenn jetzt die Taschenlampe einfach ausgeht, weil die Batterie leer ist. Nein, nein, nein. Don't don't. Nein. Gebleib. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Don't. 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 Meine Güte. Wir haben es geschafft. Ich könnte ja vor Begeisterung kaum fröhlicher sein. Oh Gott. Dankeschön. Wow, nice. Danke, danke, danke. Danke, danke. Okay, hier kann ich nicht hin. Oh, wir haben die Sicherung. Endlich. Es ist soweit. Ich könnte ja vor Begeisterung gar nicht fröhlicher sein. Ja nun. Achso, ich dachte, ich hätte jetzt... Ich dachte, ich hätte jetzt so weggeschmissen, dass er nicht mehr rankommt. Wuhu. Benni rastet total ausgerade innerlich. Also das Spiel... Sagen wir mal so. Der hat... Also... Es bringt mich auch minimal an meine Grenzen. Ein bisschen. Aber an sich finde ich das Spiel eigentlich ganz nice, ne? Also es ist ja knuddelig und alles cool und so. Ist halt ein bisschen rätsellastig und auch nicht ganz so einfach. Was es ja auch irgendwo interessant macht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber dennoch ist man manchmal in gewissen Situationen ganz schön unentspannt. Um es noch nett auszudrücken. Und jetzt gehen wir Fahrstuhl fahren. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Geilste überhaupt zu wissen, man hat es geschafft. Ist schon ein cooles Gefühl. Ich meine, du freust dich gerade wahnsinnig hin. Ja, das mache ich wirklich. Aber es ist trotzdem manchmal so ungefähr... So unverhältnismäßig. Der Frustfaktor ist sehr hoch, ja. Das stimmt. Und ich finde es ja schon irgendwo cool von der Atmosphäre her. Auch so mit dieser Taschenlampe. Finde ich schon nice gemacht. Aber ist halt... Ey. Wenn ich schon wieder... Habe ich... Nicht so viel Lust. Okay. Hier müssen wir hochklettern. Wo sind wir hier? Im... In so einem Leichenschauhaus für Puppen. Hey, 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 ho, ho. Die haben keine Angst vor dem Licht. Ich dachte, die Hände hätten... Wären auch... So ein bisschen... Aber anscheinend nicht. Na gut. Dann nehmen wir hier dieses Rohr. Dafür ist es ja da. Komm her, hier. Wo ist die Hand? Komm her, Hand. Hand. Ich schlag dir ins Gesicht. Ja, Hand. Nein. Nein. Ja. Noch mehr Hände. Ja, 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 ja. Komm raus, Hand. Komm, komm, trau dich. Trau dich, mein Freund. Trau dich. Ich hau dir auf sie in sich. Auf die Fingerspitzen kriegst du. Okay, das war's. Keine Hand mehr. Das ging ja sogar einigermaßen gut. Was ist denn da? Ist da schon eine Lampe? Warum leuchtet er jetzt diese komischen Gesichter an? Fuck, was ist das? Was bist du denn? Was war er denn für eine Marde? Gott. Willst du woanders hingehen? Geh mal weg. So. Okay, er ist beschäftigt. Vielleicht sollte ich nicht die Taschenlampe anmachen. Ich wollte ja auch sprinten. Er nimmt einfach den... Der nette Hausmeister bestimmt. Ja. Er sieht sehr nett aus. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich muss... Aber ich sag mal. Ja, guck ruhig da nochmal drunter. Guck. Ja, ja. Mach, mach ein Luki, Luki. Du siehst mich nicht, ne? Oh, oh, oh. Oh, ist das ein Vieh. Ey, ey. Ey, bitte komm jetzt nicht wieder zurück. Bleib doch einfach da, wo du bist. Wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwas gegen dieses Tor schmeißen. Na, tolle Wurst. Das heißt, ich muss nach da hinten, also... Ne, da ist halt so ein Spielzeug. Das würde bedeuten, dass er hier oben weg müsste. Hab ich hier noch irgendwas, womit ich was schmeißen kann? Hab ich nicht. Kann der einfach wieder weggehen? Nein, natürlich. Warum, warum sollte er weggehen? Warum auch? Ja, 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 ja. Guck dich mal da hinten um. Mach mal, mach mal, mach mal deinen Style. So, wir nehmen jetzt uns... Ja, was nehmen wir eigentlich mit? Nehmen wir jetzt den Affenkopf mit? Oder nehmen wir... Aber ich warte lieber ab. Es ist mir zu risky, wenn der jetzt... Weil der grabbelt ja hier über die Decke und so. Guckt der denn jetzt hin? Ich vergesse nach da. Ich hab ein Spielzeug. Ist mir egal. Ich hab ein Spielzeug. Wehe, du machst jetzt das Bett hoch. Dann raste ich aus. Alter, dann ist wirklich Ragequid fast incoming. Also dann ist ja... Wenn der jetzt hier anfängt, hier irgendwelche Dinger nach oben zu nehmen. Oh Gott. So ekelhaft das Ding hier. Aber wirklich. Nicht gibt's abgelehnt. Durchgezogen wird. Ja, ich geb mein Bestes. So, und damit, falls ich mich verwerfe... Das war nicht gut. Das war nicht clever. Ich wollt grad sagen, das war nicht clever, dass ich direkt da runtergegangen bin. Weil er guckt als erstes unter dieses Bett. Oh, wait a second. Was für ein nicer Safe Point. Jetzt guckt er nicht unter das Bett. Surprise, surprise. Surprise. Jetzt wabelt er einfach da so durch. Ich... Er erwartet uns einfach im nächsten Raum. Weil er uns so gerne hat. Ah, obwohl wir gehen ja nach oben. Wir gehen ja gar nicht nach rechts. Obwohl, warte mal, ist der jetzt auch noch rumgegangen? Das wär... Oh ne, wir gehen doch nach rechts. Okay, ich hab nix gesagt. Wir gucken mal, wohin uns das Ganze... Ja, mit seinen Wurstfingern. Einfach da in diesen Dingern drin. Okay, wir haben's geschafft. Ah, oder auch nicht. I don't know. War das jetzt richtig? Okay. Okay, wir schleichen mal. Ich hab ein bisschen Angst. Obwohl, wenn er da normal läuft, dann ist eigentlich nichts Schlimmes dabei. Ist ja gar nicht laut. Gar nicht laut. Was kann ich jetzt hier machen? Warum drückt er mich denn jetzt da rein? Was ist... Achso. Das soll so. Äh... Okay. Was machen wir jetzt hier? Wo geht's hin? Oh, da oben ist der Schlüssel. Das heißt, ich muss... Irgendwie... Wahrscheinlich... Mal, kann ich dich nehmen? Ja. Ich verstehe. Ich muss mir hier sowas bauen, damit ich... Step by Step hier hochkomme. Genau. Jetzt wahrscheinlich hier drüben... Dann hab ich so ein Adventure-Map-Modus mäßig. Glaub ich. Wo ich dann von... Ah, ist auch makaber. Von Leiche zu Leiche springe. Ist das richtig? Nein. Nimm doch. Spring hier hoch. Jetzt hier hoch. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nicht da hin. Sehr gut. Äh... Ah, okay. Wait, wait. Haben wir. Nein, warte. Wir brauchen Anlauf. Anlauf, Anlauf. Sprinten. Ja, aktiviert. Jumpen. Oh, 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 oh. Das war eine knappe Nummer. Aber wir haben es geschafft. Jetzt hier runter. Schlüssel nehmen. Und auf geht's wieder nach hinten. Okay, cool. Einfacher als gedacht. Äh, jetzt gehen wir hier wieder rein und... Hüpf. Lassen wir uns jetzt wieder zurückziehen. Ja, manchmal kann es auch, äh, einfach gehen. Zwar selten bei uns, aber... Ey, kommt auch mal vor. Okay. Was ist hier unsere To-Do? Äh, da oben ist ein Ausgang. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich hier wieder hoch... laufen. So, jetzt nach oben, 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 oben. Ja, war... Und hier durch. Aber mein Kumpel kommt nicht mit. Warum kommt mein Kumpel jetzt nicht mit? Ich hab'n bisschen Schiss. Also... Das muss noch einen Grund haben. Spring nochmal runter. Normalerweise folgt er mir überall hin. Aber warum diesmal nicht? So, komm mal hoch. So, folg mir mal. Ja. Sehr gut. So, dann springen wir hier rüber. Ja. Ja. Spring... Oh Gott, hier rüber. Aber nicht so, sondern mit mir Anlauf. Bleib doch oben. Mann, ey. Du warst doch schon richtig. Warum musst du mir denn jetzt... quasi nach unten folgen? Das muss doch nicht. So. Nochmal. Spring. Okay. Mach da. So, dann... Springen, jumpen, rüber. Sehr gut. Und jetzt hier durch. Ah, geh doch! Geh... Geh doch, geh doch, geh doch. So. Aber ich hoffe, dass wir jetzt den großen... Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Wurm, Mehlwurm. I don't know. Und da ist er wieder. Selbstverständlich brauche ich die Sicherung da hinten. Ohne dass er mich sieht. Logischerweise. Okay, 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 okay. Kann ich ihn irgendwie ablenken, dass ich ihn... von dieser Area, also von der da hinten, irgendwie in diese Area kriege. Ist es möglich, dass wir hier hinten Lärm machen? Oh, warte mal. Damit er abgelenkt ist. Ja, 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 ja. I see, I see, I see. Wie komme ich an diesen Hemel ran? Den Hemel komme ich bestimmt hier drüber ran? Nein. Geh anders. Komme ich hier oben... Wo geht's hier oben hin? Ah, so, und von hier oben kann ich bestimmt... Alle oben Räume gehen? Wie bitte. Wie bitte. Oh, если. Ja, wie bitte. Ich hab kein Problem. Muss es schnell gehen? Muss es nicht schnell gehen? I don't know. What is... What is... Kann ich hier hochspringen? Ich kann hier hochspringen. Ich kann auch. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Okay, wir haben es nicht geschafft. Oh Gott. Lauf. Ja, also wir laufen jetzt. Ich wollte mich zuerst verstecken, aber verstecken bringt nichts. Ich bin falsch abgebogen. Scheiben gleich so. Ich wusste nicht, dass ich nach unten muss. Ich bin falsch. Was ist das? Das war sehr knapp, gerade sehr sehr knapp, lass mich doch, wir fackeln hier jetzt ab, aber sowas von meine Freunde, es ist jetzt Ende Gelände, hier ist vorbei. Der Herr legt da sich schön in den Zorn. Hände auf, ja. Ciao, Kakao. Auf Wiedersehen. Okay, das ist jetzt Geschichte. Wir müssen diesen Hebel, komm mal her, ich brauch deine Hilfe. Oh, was für ein Stress, aber wirklich, also wirklich, wirklich. Ich dachte, jetzt geht das Tor auf. Oder, kommt jetzt ein Fahrstuhl? Es kommt ein Fahrstuhl. Na gut. Mal wieder Fahrstuhl fahren. Interessant. Ob bitte jetzt nicht mehr so viel, also, ich will jetzt, also ich meine, den einen haben wir jetzt erledigt, aber... Wir haben ja noch die Puppen. Und wer mag keine gruseligen Mannequens, Puppen, Schaufenster, Viecher. Oh, bitte, wir sind durch, bitte. Ja, einfach nur ja. Yes. Yes. Kapitel abgeschlossen. Ich freue mich. Ein wenig. Etwas. Oh, cool. Mal gucken, was unser nächster Endgegner ist. Wobei, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass die Erzieherinnen da mit dem Giraffenhals, dass die uns irgendwann... Wir haben die nicht erledigt, oder haben wir die erledigt? Geil, fast ohne Burnout. Was passiert? Die Stadt fehlt außen. Ja, ist ja gut. Okay, jetzt gehen wir Treppen laufen. Was ist denn mit den Menschen passiert, dass die so komische Gesichter haben? Äh? Okay. Okay. Einfach okay. Warum trittst du ihn denn? Der Arme, der kann doch nix. Also, der hat doch... Ist doch... Äh... Finito. Geschichte. Scheiße. So. Okay. Treppe. Nach oben. Dann wahrscheinlich rüberspringen. Hier rüber. Dann hier rein. Okay. Später verstecken. Also zählt er gerade runter und sagt 1, 2, 3, ich komme. Der giert durch einen Spalter oder was? Und guckt Fernsehen? Also okay. Wenn das genau das ist, was du möchtest, dann mach es. Aber ich könnte anders Fernsehen mir vorstellen. Zum Beispiel Fernsehen in der Badewanne, also aber der Fernseher in der Badewanne. Nicht irgendwo anders, sondern wieder. Okay. Ja, wo du, jeder das sei. Also wenn du daran Spaß hast. Don't try this at home. Also bitte mach das nicht. Bitte, wirklich mach das nicht. Okay. What is... What is the plan? Wir wollen wahrscheinlich irgendwie in den Fahrstuhl den Hebel ziehen. Weil wir nach da oben hin wollen. Das heißt, wir springen einmal hier runter. Okay. Springen hier nochmal runter. Und er sagt dann einfach, okay, dann springen wir hier hin. Ich dachte, wir fahren nicht voll krass lang. Ich dachte, wir fahren nach oben und nicht nach unten. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Is... Black War. Äh, hallo. Herzlichen Dank, dass du heute hier eingeschaltet hast. Und ich muss anscheinend, während er fährt, rüberspringen. Das finde ich ja jetzt mal semi... Achso, hätte ich ja trotzdem machen können. Okay, 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 okay. Wait. Wir müssen das timen. So, wir timen's. Wir timen. Timen, 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 timen. Jump around. Also, das war timing. Technisch war das gar nicht mal so schlecht. Mahlzeit. Das war sogar... Also, ich... Ne? Ich will mich jetzt zwar nicht selbst globen, aber das war schon timing-technisch... Schon sehr gut. Äh... Oh, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier rum... Ah. Ah. Ich verstehe. Okay, wir müssen irgendwo den Schlüssel herholen. Na gut. Na gut. Na gut. Jetzt ernsthaft? Das war jetzt der Schlüssel? Okay. Dann ging jetzt recht schnell und simpel. So, können wir hier... Kannst du mir hier Hilfe stellen, okay? Dankeschön. Was macht der Hebel? Okay. Okay. Keine Ahnung. Aber wir müssen hier auf jeden Fall noch nach oben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier hin? Äh, hier hin? Nein. Müssen wir hier hin? Auch nicht. Hä? Äh, 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 äh. Ach so. Chat, ich hab's. Chat. Auf, ihr passt. Wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl wieder nach unten. Hüpfen quasi, während er fährt. Einfach hier. Rau. Das war knapp. Ich wollte eigentlich springen, aber es hat nicht geklappt. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder dahin, wo wir, ne, wie wir vorhin nach da oben gekommen sind. Und rufen den Fahrstuhl. Und dann hüpfen wir quasi auf das Dach nach oben. So die Theorie. Damit wir dann eine Etage höher kommen. Gucken wir. Manchmal, aber auch nur, also selten, aber manchmal denkt der Benni auch mit. War selten, aber wie gesagt, manchmal hat auch der Benni einen kleinen, äh, Gedankenblitz. Das ist ein richtiger Fuchs. Ja, du, Blackbar, also, aber auch, wie gesagt, nur manchmal. Und ohne euch, Chatt, glaube ich, bin ich, wäre ich ganz schön, bin ich manchmal ganz schön aufgeschmissen. So, was ist jetzt meine jetzige Todorogo? Wahrscheinlich diese Tür hier aufmachen. Komm in die Rhein, können Sie rausgucken. Komm doch rein. Hier drin ist wenigstens trocken. Nun, komm doch. Geh doch nicht. Ja, du erkälzt es sich sonst doch noch. Komm jetzt hier ins Trockene, Junge. Ey, sag mir nicht, dass du nicht ins Trockene kommst, weil hier diese, diese eine Kiste davor steht. Besser? Besser? Das ist die Frage. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Nein, kann ich nicht. Also, ich könnte jetzt hier, aber hier könnte ich auch nicht hochklettern. Nee, warte mal. War das wirklich wieder nur für den Schatten? Und falls ja, wo geht's weiter? Ja. Geht's da oben weiter? Aber wie komme ich da hin? Weil hier will er mir nicht folgen, unser Kompagnon. Mal kurz gucken. Kann ich... Aber hier komme ich nirgendwo hoch. Ich kann hier auch nirgendwo hochklettern. Nach rechts kann ich auch nicht. Und nach links geht wahrscheinlich auch nicht. Nee, dann ist es... Dann ist das ja... äh... hier... falsch. Muss ich hier hochklettern? Auch nicht. Muss ich hier hochklettern? Nein. Äh, muss ich hier runter irgendwie? Geht's hier irgendwo lang? Kann ich irgendwas übersehen? Hallo? Also nach links springen bringt nichts. Weil erstens... Also wir können's ausprobieren, aber ich werd sterben. So, wir probieren's aus. Okay, never mind. Ich hätt' gedacht, wir sterben safe. So, kann ich hier oben irgendwas machen? Ist hier irgendwas, was ich... Nein. Okay, ich bin komplett umsonst wieder zurückgelaufen, oder was? Ja. Okay, gut zu wissen. Also springen wir hier wieder rüber. So. Äh, wir, 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 wir... Wir gehen mal in uns. Ich bin der Meinung, wir müssen ganz nach links oben. Also nach da oben. Ne? Hier auf das Gelände rauf und da irgendwie rechts rüber. Aber ich weiß halt nicht... Warte mal. Ja klar, ich bin ja dämlich. Ich würde ganz sagen, ich weiß zwar nicht wie, aber ich geh mal von aus, ich kann doch bestimmt hier klettern, oder? Guten Morgen. Manchmal... Ja, ne? Also manchmal bin ich ein richtiger Fuchs und manchmal brauche ich einfach Ewigkeiten. In dem Fall brauchte ich einfach Ewigkeiten. Super. Super, super, super. Hier weiß ich wieder, okay, ich brauche hier die Kurbel. muss hier quasi hier hin und sag ihm jetzt hier rüber. So, und er fängt mich jetzt hier drüben wahrscheinlich wieder auf. Geronimo! Sehr gut. So, jetzt haben wir hier eine kleine Leider. Hier haben wir wieder eine Leider, wo wir Hilfe brauchen. Von unserem kleinen Kompagnon mit dem wunderschönen gelben Regenmantel. Ach so. Ich dachte, die wäre arretiert, aber nope. Ist sie nicht. So, jetzt ist die große Frage der Fragen, kann ich hier hochklettern? Ja! Ja! Hier können die Regenrinne hochklettern. Wie geil ist das denn? Und jetzt hier, hier hoch, ne? Jawollo! So, ich bin ein bisschen gebrannt, mag durch diese Bretter hier, wenn die so nach oben wegstehen, habe ich ein bisschen Angst, dass es eine Falle ist. The Trap. Aber nein, es ist erstmal im ersten... Im ersten Moment nicht. So, wieder da. Essen ist im Ofen. Und wie oft ist Benny inzwischen gestorben? Sehr oft. Ich hätte vielleicht nicht stehenbleiben sollen. Ich sollte vielleicht rennen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Wir rennen jetzt, wir sprinten jetzt durch. Ja, nun drück doch! Und lauf weiter! Geronimo! Wir stürzen in... Hä? Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt schon wieder gestorben? Was hätte ich anders machen sollen? Entweder ist ja gar nichts anderes gegangen. Aber wir sind nicht gestorben. Und was mit unserem Buddy? Lass uns... Äh... Geht's dir gut? Come on! Ich rette dich! Ich rette ihn wirklich? Cool! Steht doch beide auf! Das hält doch nicht Ewigkeiten da! Nun... Hüpf! Okay. Meine Taschenlampe ist kaputt gegangen. Okay, wir sind wieder blind. Ich freu mich. So gar nicht. War gut. Okay. Neues Haus. Neues Glück. Neue Malereien. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Skizzen. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Ein Fernseher. Den wir anscheinend wieder einstellen müssen. Also ich habe, wie gesagt, immer noch nicht, was bringt uns dieser Fernseher, weil der teleportiert uns ja irgendwo hin, dann flutschen wir wieder raus, weil wir die Tür nie erreichen werden. Aber irgendein Hintergrund muss doch dieser Fernseher haben. Also wir stellen jetzt den Sender wieder ein. Links, rechts, geradeaus. Ja, so. 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 Nein! Jetzt! Ja, nein, bleib doch, ist doch, war doch richtig. Okay. Steh auf und renn zur Tür. Rennen. Nicht laufen. Nicht speeden. Er macht wieder eine Slow-Mo. Come on. Come on. Wir erreichen die Tür. Komm. Komm. Let's do it. Ja. Ja. Spring. Häng dich ran. Mach die Tür auf. Okay, mach die Tür wieder zu. Mach die Tür wieder zu. Mach die Tür wieder zu. Wer ist das? Lass uns gehen. Ist... Genau. Der Buddy sagt schon... Lass uns gehen. Nein! 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 Er steigt aus dem Fernseher. What the fuck? Ich renne weg. Wer ist denn er? What the fuck? Was bist du? Wer bist du? Warum bist du? Und warum bist du drei Meter? Nein! 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 Der Puppendoktor und ich darf mich von ihm nicht catchen lassen. Slenderman habe ich auch gerade überlegt. So Slenderman mäßig. Nur mit Mütze und einem Anzug. Okay, ich muss mich... Hide and seek. Ich muss mich verstecken. Und, und... Unser Helferlein sagt uns, wo wir uns verstecken sollen. Wir sollen uns wahrscheinlich irgendwie... Hier verstecken. Wir sollen uns nicht hier verstecken. Hä? Jetzt doch unter dem Tisch verstecken? Achso, äh, unter dem Tisch zeige ich schon. Unter dem... Unter dem Bett? Wo verstecken sich kleine Kinder? Ja, unterm Bett. Aber ich... Ich dachte, ich war vorhin unter dem Bett. Aber anscheinend... Nicht schnell genug oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Und nicht unser Freund! Dieser kleine Miesel... Irgendwas! Im Schrank? Das sind die Schatten. Das waren alles Kinder, die... Die... Schatten, die ich eingesammelt habe. Nein! Ich will meinen Kumpel wieder haben. Gib mir meinen Kumpel wieder. Gib ihn mir. Gib ihn mir, du... Kleiner... Fieser... Irgendwas. Gib ihn mir zurück. Er nimmt... Meinen... Meinen guten Kumpel. Das ist so grausam. Die Story ist... Zum Haare sträumen. Der klaut unschuldige Kinder sehen. Warum? Okay, jetzt... Jetzt will ich einen Hammer. Und Olle Slenderman mit dem Hammer eins über den Deckel ziehen. Also... Was ist denn mit ihm nicht richtig? So, wo muss ich denn hin? Muss ich jetzt nach oben? Muss bestimmt nach oben. Lass mich hoch. Ich hole meinen Kumpel wieder. Lass mich zu... Nein! Ich will zu meinem Kumpel. Das geht so nicht, Freundchen. Da habe ich noch ein Wörtchen mitzureden. So, da kannst du machen, was du willst hier. Ist mir egal. Hier, gib mir den Fernseher. Ich mach dich kaputt. Okay. Das war nicht richtig. Scheiße. Ach so, ich kann die Fernseher jetzt nutzen zum Teleportieren. Das ist natürlich auch eine Art und Weise... So. Und... Teleport! Zack! Te... Tele... Teleport doch! So. Ich muss auch noch den Stick drücken, damit ich mich teleportieren kann. So, jetzt einmal hier runter. Runter. Jetzt hier rüber. Ein bisschen... Balanchieren. Man... Man nennt es Balance. Man nennt es eine kleine Balance-Akt. So, jetzt hier... An den Haken. So, schwingen. Schwingen! Okay, jetzt haben wir so ein bisschen Adventure-Map-Style. Finde ich ganz nice. Also, ich mag ja Adventure-Maps, so Jump'n'Run-Action. Finde ich ganz, ganz cool. Okay, da oben ist der Fernseher. Ich gebe von aus, wir müssen hier runter, weil wir uns dann runter teleportieren können. Achso, ne, nach oben. Achso, ja, doch, wir müssen ja dann nach oben. Ja, nun spring doch runter. Kann ich diese Fernbedienung nehmen. Ich kann die Fernbedienung mitnehmen? Wie geil ist das denn? Okay, hier brauche ich irgendwas zum... draufstellen. Und dann kann ich das einfach ausschalten? Ich kann den Fernseher nicht einschalten. Nein. Nein. Wir wollen den Fernseher auslassen. Ah. Aber wir wollen den Fernseher einschalten. Ja, nun, pass ihn doch an. Hä? Ja, aber ist... Achso, ich brauche noch einen anderen Fernseher. Aber warum habe ich die denn jetzt angemacht? Okay, wenn du das liest, musst du unbedingt Stray spielen. Genau. Äh, warum bin ich jetzt hier? Ne Mütze! Ne Kapitänsmütze! Oh, geil. Äh, okay. War das jetzt nur ein Ort für die... Verstehe ich noch nicht. Wenn ich jetzt an den Fernseher rangehe, teleportiere ich mich doch wieder zurück zu dem anderen. Das macht doch gar keinen Sinn. Oder? Außer ich hätte nicht runterspringen dürfen. Ich hätte nicht runterspringen dürfen, weil ich muss dieses Ding hier wahrscheinlich... Ja, okay, 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 okay. Ja, I know I understand. Äh, okay. Ich verstehe. Nun, verstehe ich. Macht Sinn. Macht, äh, kompletto Sinn. So. Ja. Ja. Auf den Stuhl. Hier rüber. Gut. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Probleme habe mit anscheinend der tiefen Wahrnehmung? Ganz leicht. Ganz leichte Schwäche habe ich anscheinend damit. So. Auf ein... Letzt hast du? Auf ein neues. Okay. Ich habe direkt rüber gesprungen. War zwar gar nicht gewollt, aber ist okay. So, wir gehen jetzt ganz an den Rand und springen von hier nach da. Sehr gut. Und jetzt machen wir Geronimo-mäßig. Like a la James Bond. Yeah. Nice. Ist ja okay. Ist dein Fernseher. Ich mache den nicht nochmal aus. Meine Güte. Was ist da mit dir verloren? Also, wirklich. Okay. Fernseher ist ihrs. Ist ja... Ist ja nochmal eine ganze wilde Nummer. Guck mal, was die hier abzieht. Na dann. Ich lass dich in Ruhe. Ist mir egal. Scheiße. Ich muss an den Fernseher ran. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aber warte mal. Kann ich von hier aus? Wie das? Wie das? Oder von hier? Von hier? Von hier? Von hier? Von hier? Nee, das geht ja. Das ist ja No-Go. Warte mal. Ich muss mal kurz meine Kabel sortieren. Gut Schatz. Aber sortiert. Ja, kein Problem. Musikanten-Staden läuft. Ich dachte, ich hätte gerade versehentlich sind ausgeschaltet. Hier bin ich. Aber da war sie gerade wirklich leicht oder entspannt. Warte mal. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einfach sage? Ja, ich will dich ausmachen. Scheiße, sie geht zurück. Okay. Schade. Ich dachte, ich konnte sie ärgern. Aber nö. Nimm sie einfach den anderen Fernseher. Den ich ja wieder einschalten musste. Also, leider Gottes. Ich hätte sie gerne eine Runde geärgert. Richtig gerne. Gerne. Er ist einfach runtergelaufen wie so ein Raider-FK-Typ. Geiler Dude. Oh Gott. Halt dich fest. Gleit er wieder hoch. Wenn das passieren kann, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber gut. So, wo ist mein Kumpel? Ich will meinen Kumpel sehen. Ich will den befreien. Lass uns... Was ist denn mit... Ich nicht richtig? Warum bringt ihr... Also... Was? Okay, sie bringen sich alle selber um. Aber why? Einfach why? Das war mal unfair. Das war mal unfair. Muss ich erst den Fernseher umstellen? Geht das? Okay, damit komme ich zumindest direkt dahin, wo ich hin muss wahrscheinlich. Als ob es ist, also wirklich... Ja, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt nicht den Slenderman hier reindrücken muss, ist das schon nicht so schön. Aber wir gucken mal. Ja, das obere Ding musste sie leider selber... Ich hab ihn doch erledigt. Aber er mich anscheinend auch. Brutzel, mein Freund. Brutzel. Du hast das nicht anders verdient. ok also eigentlich nicht aber also ich hätte gerne ins ländermann der unseren kumpel also wir haben jetzt hier den fernseher angemacht ist die frage das war glaube ich gerade nicht so klar aber vielleicht kommen wir ja mit dem fernseher wieder hoch was passiert hier ach so ich muss den einschalten so wie komme ich jetzt wieder hoch nimm doch einfach nimm nimm ach so also wenn ich jetzt den hebel betätige geht wahrscheinlich das tor auf muss ich wieder eine etage höher springen ach das war's mehr geht es doch nicht auf ok stehe so was haben wir hier noch aber hier sonst noch irgendwas wenn ich jetzt hier hoch springe der fahrstuhl hoch is it the right way die war es jetzt richtig oder nicht vielleicht musst du zwischendrin auch steigen is it the right way is it the right way Ah, Jojo, du hast recht. Ich muss da... Ja, okay. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Aber wir machen es diesmal anders. Wir fahren hoch. Wir fahren runter. Ich teleportiere mich, spring runter. Und... Ja, doch gleich. Kann ich auch runterspringen? Genau. So. Nein. Okay, wir haben es geschafft. Mein Gott. Aber ja, also wir müssen... Wir mussten halt vorher irgendwo anders ausstecken. Okay, hier. Das müssen wir wegschieben. Gehen Sie beiseite? Gehen Sie beiseite. Ja. Dieser Sprung hat nicht ausgereicht, um in die Badewanne zu öffnen. Warum auch? Vielleicht muss ich diesen Umweg durch dieses wunderschöne Brett... Brett... Brettchen nehmen, wo das wunderschöne Radio draufsteht. Aber nein. Vielleicht sollte ich auch einfach versuchen, mal zu sprinten und dabei zu springen. Aber auch das hilft nicht. Super. Versuchen wir jetzt nochmal auf das Brettchen rüber zu springen, indem wir jetzt hier versuchen nochmal mit Sprinten. Und auch das hilft uns leider gar nicht. Und auch das hilft uns leider gar nicht. Sehr gut. Dann probieren wir... Warum auch immer, ich das noch nicht von Anfang an ausprobiert habe. Mit Sprinten auf die wunderschöne, freie, nicht bedeckte Wasserhälfte zu springen. Das ist nämlich auch die Lösung des Problems. Genau. Mojo sagt es auch gerade. Einfach vom WC-Ausgang zum Ausgang springen. So, Oma ist hier gut drauf. Ist ein bisschen abgelenkt. Was für uns aber völlig in Ordnung ist. Aber wir kommen halt an die Türklinke nicht ran. Das heißt, wir bräuchten im besten Fall diesen Hocker. Okay, wait. Wir müssen mal ganz kurz überprüfen. Wie kriege ich Oma hier rein? Kann ich von diesem kleinen, noch nicht durchzogenen Fleckchen... ...quasi wieder zurück an die Dings springen? Ich würde fast behaupten, nein. Aber wir testen es einfach mal aus. Kann ich doch. Okay. Dann wird unser Plan sein, wir schalten den Fernseher aus, springen wieder aufs Klöchen... ...holen die Oma hier rein und sagen... ...goodbye, Omi. So, damit dürfte ich jetzt ja auch keinen Strom mehr auf der Leitung haben. Aber ich habe den Fernseher auch kaputt gemacht. Achso, weil wir wollten ja den Hocker haben. Genau, das war ja der Ursprungsplan. Hocker? Welcher hat es auch gerade geschrieben? Äh... Ausmachen aufs Klo und Oma warten. Spül mal. Spül mal. Spül mal. Spül mal. Spül mal. Spül mal. Äh... Okay. Also... ...die gucken eindeutig zu viel Fernsehen, Freunde. Kann ich... Kann ich den Fernseher ausschalten, wie das? Nein, leider nicht. Ich... Ich... Also... Für mich wäre es voll interessant gewesen, was passiert, wenn wir den Fernseher ausschalten. Und hier ist überall Strom. Was ist denn hier los? Hier habe ich einen Einkaufswagen. Mit dem muss ich bestimmt irgendwas machen. Wir nehmen die mal mit. Ich im Supermarkt. Mit dem Einkaufswagen. Überall anklatschen. Dumm. Dumm. Okay, warte. Ich dachte, wir müssen hier raufklettern. Ich wollte es hier als Rampe nehmen. Okay. Okay, okay, okay. Wo müssen wir denn hin? Da oben ist... Strom. Aber wenn ich den Strom ausschalte, geht doch der Fernseher auch nicht mehr. Egal, wir probieren es mal aus. Okay, dass das jetzt nicht... Also, dass ich da nicht gestorben bin. Ist ein Wunder. Ist es hier? Hallo? Klopapier! Ja, wir nehmen... Nimm das Klopapier. Kuch ist cool. Wir schmeißen damit. Okay, was kann ich hier machen? Warum bin ich hier? Kann ich diesen Stuhl nehmen? Nein. Kann ich den nicht verschieben? Nein. Okay, ich kann hier hoch. Ich kann hier an den Schrank hoch. Und ich kann da oben durch. Warum? Achso! Einfach nur, damit ich hier hochkomme? Okay. Sure! Warte mal. Ist das jetzt ein Timer? Weil der Fernseher ist jetzt natürlich auch aus. Hey hey! Ho ho ho! Okay, es ist kein Timer, es ist einfach nur aus. Okay, okay, okay. Was können wir jetzt machen, solange das Ding hier aus ist? Nein, lass es. Weil irgendwie muss ich ja hier zum Fernseher hin. Dich kann ich nicht schieben. Muss ich jetzt doch... Aber wie komme ich denn von da wieder zurück, ist die Frage. Weil selbst wenn ich jetzt den Einkaufswagen nehme, einfach mal rein theoretisch. Kann ich den zwar jetzt hier hinpacken, um dass ich den dann als Übergang nehme? Irgendeine Art und Weise. Den Wagen zwischen Regal und Fernseher schieben, Strom wieder an. Zwischen Regal und Fernseher. Also hier zwischen, meinst du? Weil hier komme ich zwar hin, und ich meine, ich kann dann hier auch wieder hier hoch. Aber mein Problem ist ja... Was ist denn da? Äh... Wenn ich Strom jetzt wieder anmache, habe ich ja das Problem, dass ich ja hier überall mit Wasser cool bin. Ich denke auch mittig. Nein, mittig. Ja, ist okay. Okay, 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 okay. Chat, 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 chat. Wir packen es mittig. Wir packen den mal hier so hin. Hier so? Hier so. So, jetzt testen wir das vorher. Bevor ich, ne, wegen... Ihr wisst, ne, ich und Tiefe und so, äh, funktioniert nicht immer. Okay, komm ich rauf. Und... Komm ich rauf. Okay, also der Weg würde gehen. Ich sehe es aber noch problematisch. Selbst wenn ich den Strom anhabe. Komm ich hier hin? Warte mal, kann ich von da oben? Wait. Wir testen nochmal kurz vorher was. Das heißt, wir müssen diesen Weg zweimal gehen. Leider. Nicht hier hochklettern? Natürlich nicht. Ähm... Weil ich will jetzt einmal testen, bevor ich den Strom anmache. Ähm... Wie sich das verhält. Achso, lol. Ich kann ja hier hochklettern. Ja, okay, vergiss es. Vergiss es, chat. Vergiss es. Ich hab... Ja, ja, ich... Ich verstehe. Ich habe jetzt kurz überlegt, wie komme ich denn wieder zurück? Damit ich dann von da aus auf den Wagen komme. Aber... Ja. Ja. Einfach nur ja. So, springen. Nochmal springen. Lernseer anfassen. Okay. Lernse aus. So. Ne, ich muss einfach nur hier wieder raus. Ich muss nur durch das Fenster raus. In... Die Freiheit. Die Freiheit. Ja, ja, guck mal. Das neue Fernseher. Guck mal. Geiler Stuff. Voll cool. Oh Gott. Ja, was macht ihr nun? Jetzt ist... Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich... Ich hab die Frage nie gestellt. Ah, ich bin da unten gefallen. Taktisch, was? Okay, warte. Wir müssen direkt losrennen. Ich bin noch weg. Ich war doch schon außer Reichweite. Ich hänge. Ich hänge. Es geht nicht weiter. Okay. Hier sind ganz viele Fernseher. Hier sind viele Fernseher. Hier. Guckt euch die Fernseher an. Ihr habt doch jetzt ganz viele Fernseher. Lasst mich doch in Ruhe. Es waren noch so viele Fernseher da. Die waren noch für euch. Ich, also... Hey! Hey! Gott! Ich! So krank. Ruhig bleiben! Ruhig! 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 Hut diez? Sant.... Okay, also er hat mich jetzt nicht erwischt, aber ich, ich bin ehrlich, ich will mein Buddy wieder haben. Mein, mein Kompagnon mit dem gelben Regenmantel. Er ist über uns. Er ist ffff-fucking-mit. I don't like. War das knapp? Sorry, Mods. Alles gut. So befremdlich und doch kommen einige Sachen echt bekannt drüber. Aber wir halten gefühlt in hier im Raum einen Fernseher zu Hause. Mach doch schneller! Take it! Okay. Okay, wir fahren jetzt ne Runde U-Bahn, S-Bahn, I don't know, Straßenbahn, Deutsche Bahn, ich hab keine Ahnung. Also leicht, dezent, nervt mich dieser, alter ist er flott unterwegs. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Oh Gott! Jump! Mach hinne! Lauf doch nicht, Kingo! Welche Gegenstände? Lauf! 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 Nонь, n Hani! Ich hab die falsche Taste gerückt! Ich hab die falsche... ich... Taste... gedrückt. Jump, run, runter, loslassen, better jobbet. Ok, war diesmal besser, um einiges besser. Jetzt da lang! Tschüss, my friend. Bye, bye. Ciao, ciao. See you later. Wir sehen uns sowieso nochmal, weil ich will meinen Buddy wieder haben. Okay, jetzt wird es ein bisschen schnell. Ich dachte, wir sind gestorben. Okay. Ich kann die Fernbedienung nicht mehr nehmen und uns geht es nicht mehr so gut. Wo müssen wir... Nein, das ist unser Buddy, unser Freund. Er zeigt uns die Richtung an, wo wir hin müssen. Oh nein, wir müssen nach da oben. Oh, bitte nicht. Ey, ich hoffe, wir kriegen ihn noch wirklich befreit. Ansonsten ist es echt eine traurige Story. Ja, unser Buddy. Okay, wir können die Treppe da hoch. Oder wir müssen wahrscheinlich die Treppe da hoch. Was? Was? Vergessen. Herr Blackwall, danke dir für den, für die, für... Ja, danke dir für die Subscription. Vielen Dank für den Sofort. Super nice. Fast vergessen. Okay, was passiert jetzt? Wir sind auf der Straße. Sind wir verletzt? Ja, also... Oh no. Oh no, 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 no. Geben wir auf? Wir geben nicht auf. Wir... Wir... Wir geben... Nein. Nein. Oder gehen wir jetzt in den... In den... Haben wir uns jetzt hier ready? Gehen wir jetzt in den Endboss-Fight? Knick, knack? Ich glaub nicht. Oder doch? Yes. Wir gehen in den Fight. Wir befreien alle, die du mitgenommen hast, mein Freund. Alle. Du wirst sehen, was du davon hast. Jawoll! Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich drück einfach ganz wild irgendwas. Und ich sterbe. Das war nicht gut. Aber ich find's gut, dass wir einen Kampf hier machen. Gegen El Niño. Aber ich weiß leider nicht, was ich hier machen soll. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Haben wir, haben wir, haben wir? Nein, nein, nein. Don't. Ja, 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 ja. Bleib mal schön weit weg, mein Freund. So, also ich versuch jetzt immer seine Richtung quasi mit, mit zu, ne, geradeaus. Jetzt so ein bisschen nach links. Jetzt nach rechts. Jetzt wieder nach links. Jetzt geradeaus. Ich mach dich platt, Junge. Bitte. Also, vielleicht. Nein, 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 du stehst nicht nochmal auf. Nein, don't do it. Don't. No, no. No, no, no. Bleib, bleib unten. Muss ich hier irgendwas machen? Haben wir gesiegt? Und wenn ja, wo sind die, wo sind die Seelen? Haben wir sie befreit? Bitte. Was haben wir gemacht? Sind wir der Auserwälder? Der Allmächtige? Der eine? Komm schon. Oh, da sind wir jetzt, der Slenderman. Okay. Okay, jetzt sind wir, hä? Loll. Jetzt sind wir da, wo wir sonst die Sequenz quasi immer im Fernsehen gesehen haben. Die Tür mit dem Auge. Sind da unsere Kumpels? Stimmt. Oder? Nein! Don't close the door. Why? Okay, nehmen wir die Tür. Ach du Scheiße. Wir sind bei Harry Potter. Mit den... War das bei Harry Potter? Ich weiß es nicht. Äh, mit den, mit den Treppen. Okay. Hey, Wariona. Leute. Sind wir in, in einer Schleife? Ist halt richtig hier. Oh, oh. Nein. This is not the right. This is not the entry that we want. Aber wir haben nur die, eine Möglichkeit. Also wir könnten jetzt nochmal, natürlich nochmal zurücklaufen. Aber wir gehen jetzt nochmal einmal ganz kurz hier rein. Aber ich sehe doch schon den Schatten. Flupp. Hä? This is... This is not the way. Vielleicht doch nochmal zurück? Vielleicht mehrmals zurück? Ach du Scheiße. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott. Welche Tür nehmen wir denn? Okay, wir nehmen die hier. Ich würde sagen, das war nicht die richtige Tür. Oh, die erste würde ich auch nicht nehmen. Dann würde ich die zweite nehmen. Also die so aussieht, als ob die wie eine Sardinenbüchse geöffnet wurde. So aufgedreht mäßig. Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Und dann sind wir wieder bei Harry Potter. Wo die Musik herkommt. Hör zu. Okay. Nein. War das nicht richtig? Nein. Nein. Okay, ich wollte nur nochmal kurz testen, ob ihr auch wirklich recht hattet mit der Musik. Aber ja, ich würde sagen, ihr hattet recht. Äh, okay. Warum komm ich da nicht hin? Nimm doch die... Hä? Nun, drück doch. Äh, 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 was? Das ist ja auch keine Klinke. Das ist ja so ein Drehknauf. Und da kann ich ja nicht raufspringen. Warte mal. Weil ich da meinen Schatten sehe. Ich habe bestimmt diese Tür. Öffne sie. Öffne sie. Ja, reicht mir schon. Danke. Okay. Sehr gut. Nächste Stufe. Das mit der Musik war gar nicht, äh, war ein guter Tipp von euch. Chat. Wirklich sehr, sehr gut. Also wäre ich wirklich im Leben nicht drauf gekommen. Okay, hier ist nicht die Musik. Hier auch nicht. Das heißt, ich muss hier rüberspringen. Aber ich kann nicht hier rüberspringen. Ich kann doch hier rüberspringen. Kann ich das Ding aber jetzt einfach mal umwerfen? Falls ich nochmal... Dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Dankeschön. Ist das die richtige? Und... Was zur Musik noch dazugehört, für die Leute, die echt nicht gut mit Musik sind. Die ganzen Dinger, wenn die nach links ziehen, sieht man es auch optisch. Hier. Ja? Lululululul. Lulululul. Warum hast du diese Luftblasen denn bei dir, wenn du bei den Türen bist? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Hinweis. Wenn du das akustisch nicht wahrnimmst. Okay, Buddy, du bist ein bisschen... Okay, bist du wirklich mein Buddy? Du bist nicht mein Kumpel. Wer ist er denn? Also, er hat zwar das Ding von meinem Kumpel an, aber... Ich will dir nichts wegnehmen. Ähm. Ich muss keine Angst haben. Kann ich dir irgendwas... ...geben, damit ich dich beruhige? Äh, Teddy? So was? Äh, was jetzt? Kann ich an dir vorbei? Ich nehm nicht den Hammer. Nee. 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 Ich muss jetzt... Echt jetzt? Ich... Ich zerstöre jetzt nicht seine... Seine... Nee. Nee. Ist der jetzt nicht euer Ernst? Ich drück der jetzt... Ich drück... Ich... Ich... Wer hat von euch zwei mehr Angst? Wer hat von euch zwei mehr Angst? Ey, das wollte ich nicht. Ich... Wirklich... Warum denn? Buddy, I'm sorry. Ich wollte es nicht. Oh Gott, jetzt ist der sauer. Also zu Recht. Ich wär auch pisst. Ich kann es komplett nachvollziehen. Hey, Kumpel... I'm very sorry. Wirklich. Wirklich, wirklich. Ich bin nicht hier. I'm not here. I'm not here anymore. Okay, ich hätt mich da verstecken sollen. Scheiße. Ja, Mensch, wenn ich... Gewalt ist keine Lösung. Ich weiß, ich... Ich wollte es ja auch nicht. Ich... Ist ja mein Buddy eigentlich. Also... Aber... Das Spiel hat es von mir verlangt. Oh. 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 Ich mag das wirklich nicht. Ich wollte meinen Kumpel nicht verärgern. Er ist halt mein Kumpel. Ey, so eine Scheiße. Was macht denn das Spiel mit mir hier? Es ist... Nicht schön. Ich... I'm so sorry. Es tut mir wirklich leid. Können wir... Können... Alles cool. Alles cool. Easy. Entspann dich. Oh, nee. Ey, sag mir nicht. Ich muss den wieder irgendwie rufen. Den... What the fuck? Okay, das war... Das war jetzt nicht so knabber. Also. Ist es jetzt mein Ziel? Mit der Axt? Seine Spiel... Spieluhe kaputt zu machen? Ey, bitte nicht. Ey, wirklich jetzt. Einmal... Ich... Ich... Ich bin weg. Oh, ich hab so gar keinen Bock mehr. Alter, hat der mich zerschmettert. Was? Ruhig dich. What the fuck? What the fuck? Ich... Ich... Es tut mir leid. Es zerbricht mir das Herz. Ich hab einem Kind nie sein liebstes Spielzeug. Nein! Also ich... Ich... Ich wär genauso... Also... Hä? Ey... Was... Na... Dann macht's auch noch... Mut willig kaputt. Und ich weiß noch nicht mal warum. I don't know. Oh, fuck. Okay, warte mal. Wo komm ich hier raus? Oh, ich muss ihn noch mal schlagen. Alter, 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 alter... Jei, 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 jei... Moin. Ey, sag mal. Summer ist ja mal gar nicht so angenehm mit dir. Oh, ich muss ihn noch nicht so angenehm mit dir. Scheiße. Ich wollte es genau umgekehrt machen. Taktisch gesehen, dass er dann halt... Ne? Aber, ja. Hat semi gut geklappt, würde ich sagen. Okay, wait. Wir machen es noch mal. Es tut mir wirklich... Extrem leid. Also... Oh, man. Warum muss ich das denn machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, ich bin in die falsche Richtung. Anscheinend nicht. Okay. Alter, das wird ja immer schwieriger, weil es ändert sich halt alles. Scheiße. Okay, 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 okay. Kann ich irgendwie an diese Achse herankommen, ohne... Okay. Ich würde sagen, nein. Hä? Hä? Ich war doch gar nicht in seiner beschissenen Nähe. Okay! Oh, fuck. Der ist aber auch verdammt schnell unterwegs, der Junge. Okay. Nochmal. Das war jetzt unklug. Das war richtig unklug, dass ich es gemacht habe. Weil ich komme hier... Oh, ich komme hier mit dem Ding nicht durch. Ja, komm mal her. Mach mich doch tot. Du mach mich doch tot. Warum bin ich denn auch runtergehüpft? Ich demlack. Also meine Taktik ist ja eigentlich, ihn auf... ihn auf diese Tür zu fokussieren, damit ich da hinten hin kann. Jetzt ist die Frage, ist es eventuell cleverer... äh, ihn auf die andere Tür hinzubringen, weil dann brauche ich wenigstens nicht springen. Wie weit reichen denn seine Griffel? Das Problem ist, der Weg ist zu lang, um dass ich dann an die Spiele komme. Und er muss mich nur streicheln, damit ich umfalle. Ich denke, du musst auf zweimal machen. Sie ist zu schnell. Okay, warte mal. Wir können ja mal was ausprobieren. Können ja mal was machen. Wir können ja mal sagen, hier hin. Dann hier hin. Und er dreht sich um und gibt mir ne Kelle... Wirklich, so ne Kelle hab ich ja noch nie gesehen. Kann ich... Wait, kann ich... Nein, kann ich nicht. So kann ich das. Okay, ich muss mit Rufen agieren. Okay, meine Güte. Das war jetzt aber auch ein bisschen tricky. Aber hier will ich das gar nicht kaputt machen. Das ist ja noch das Schlimmste daran. What the fuck? Einfach weggeschoben. GG. Nice. Dankeschön. Ich weiß ja nicht, was das für ein Meer ist. Ich weiß nicht, was das für ein Meer wert hat, dass wir jetzt die Spieluhr, die kleine, schöne, kaputt gemacht haben. Aber okay. Irgendeinen Sinn muss es ja haben. Ich muss nochmal? Really? Scheiße. Aber da ist unser kleiner Buddy. Hey, 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 Buddy. Haben wir dich befreit? Ey, Kumpel. Lass uns mal lieber ganz schnell von hier verduften. Okay, warte, warte, ich renne dir hinterher. I'm on my way. Diese Klubsaugen, die finde ich nicht so geil. Bin ich ehrlich. Und ich bin nicht der Schnellste, wie es aussieht. Ich hüpfe und hüpfe und bin tot. Ich bin gefangen. In irgendwas. Irgendwas. Dieser Fleischklops hat mich zermatscht. Ich drücke Sprinten übrigens, ne? Ist dir schon bewusst, dass... Okay, ihm war das null bewusst, dass ich Sprinte. Okay, cool. Bisher jetzt nicht so... Ja, genau. Kletter nochmal drüber. Ja, du wißt. Ich bin sofort wieder tot. Ja, ja, ja. Wir glitschen. Ja, cool. Ja, und jetzt... Ja, ja. Wir wollen spannend machen. Genau. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem für uns. Ja. Okay, cool. Nun, steh doch auf. Okay, wir machen Slow-Mo. Because of... Wir müssen jetzt jumpen. Nice. Und heben wir uns doch hoch. Bitte. Hey, weh, du lässt uns jetzt fallen, weil wir deine Spiegel kaputt gemacht haben. What? Okay, cool. Okay. Okay. Das war da jetzt nicht sein Ernst, oder? Ich mach alles, damit ich ihn irgendwie da raushole und er lässt mich... Alles kein Fall. Ich mein, okay, wir haben seine Spiegel kaputt gemacht. Aber was für ein Arschloch-Move. Ich hätte ihm noch eine neue gekauft, oder gebastelt, oder... Weiß ich nicht. Ja, ich hätte ihm eine neue besorgt. Hier ist ein Stuhl. Warum ist hier ein Stuhl? Und... Das sind ganz creepige Augen. Wo sind wir? Okay... Okay... Äh... was? Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Aber wir werden... ...größer. Also... ...erwachsene wahrscheinlich. Zwar sehr einsam, aber... Oh nein. Werden wir dieser Slenderman... ...auf die... also auf die Zeit gesehen, auf die Dauer? No way. Wir haben uns quasi selbst bekämpft. Oh no 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 no. Wenn ihr jetzt noch einen Anzug, jetzt hier gleich so ein Hütchen noch auf den Kopf kriegt, dann... ...dann waren wir der gruselige Typ. Und wir waren der gruselige Typ. What? Wurde durch die Erfahrung dazu geworden. Aber es kann sein. Das ist ein ewiger Kreislauf. Du Scheiß. Das, was wir einst gejagt und gehast haben und selbst zerstört, waren wir selbst. Creepy. Wir sind als Kleiner vor so einem Menschen davon gelaufen und sind später selbst zu so einem Menschen geworden? Ja. Geht so unter die Haut, das stimmt. Krass. Krasses Spiel. Also... Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir später derjenige sind, dem wir einst gejagt haben und selbst sogar zerstört haben. Und mit der Zeit sind wir selbst zu so einer Person geworden. Interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Ähm, ansonsten gerne ein Abo da lassen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns dann gerne wieder beim nächsten kleinen Projekt. Bis dahin sag ich erstmal... Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020